Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 80. Auch schon wieder relativ mächtige Zahl irgendwie, wenn man sie so hört. Also so 80 klingt gar nicht mal so wenig. Wir gehen ja dann doch auch steil schon auf unser Dreijähriges zu. Ich muss gerade sogar fairerweise aus der Hüfte heraus gelogen sagen, ich glaube wir haben vier Wochen vielleicht noch, kommt das hin? Ich glaube Ende Februar war es oder Anfang März. Irgendwo so um den Dreh. Ja, Hauptsache wissen es selber nicht. Daniel und ich überlegen. Damit habe ich schon mal gespoilert, wen ich heute an meiner Seite in Form der Schweinchen habe. Daniel, liebe Grüße nach Landau in die Pfalz. Hi, grüßt euch. Schön, dass du dabei bist. Und wir machen mal wieder ein Interview. Und zwar haben wir uns einen, naja, wenn man jetzt mal so aus der deutschen Denke spricht, einen ja quasi schon eher internationalen Gast mal geholt. Das ist ganz kurios eigentlich. Aber wir freuen uns sehr, dass wir den guten MTG Malone mal bei uns begrüßen dürfen. Malone, ich grüße dich. Einen schönen Abend auch an dich. Ich grüße euch auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich nenne mich mal auch internationalen Gast. Ich denke, das passt. Damit triggern wir, glaube ich, so ein bisschen auch, ich möchte es mal liebevoll, den Interviewgrund nennen. Also jeder, der Nackt und Rosa natürlich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt und kennt, der weiß, dass wir halt immer wieder ein bisschen versuchen, den Blickwinkel zu wechseln und zu sagen, was können wir denn zu Magic und unserem Hobby noch alles beleuchten, was eher so unser Steckenpferd ist. Und gerade da finden wir deine Geschichte Malone sehr spannend, weil du eben zwar auf der einen Seite Teil unserer deutschen Content Creator Szene bist, aber irgendwie dann doch auch wieder nicht. Also nicht jetzt im negativen Sinne, aber weil du halt dadurch, dass du ein englischsprachiger Content Creator bist, ja bewusst nicht so wie wir den deutschsprachigen Raum gezielt angehst. Und das ist das, warum wir glauben, dass wir heute mit dir auch ein sehr spannendes Gespräch führen werden, wo wir alles mal durchleuchten, warum hast du dich entschieden, wie ist das entschieden, etc. Ich meine, ein paar Gründe sind bestimmt irgendwie offensichtlich, ein paar aber auch nicht. Und wir freuen uns ja aufs Gespräch und ihr kennt es, der liebe Daniel, der natürlich stellvertretend auch ein Stück weit wiederum mit seinem, ja, ich möchte nicht schon sagen seinem zweiten Teil des Herzens, aber doch auch ein bisschen unseren, ja, Sponsor vertritt. Deswegen liebe, Dank und Grüße auch wiederum an Ultimate Guard. Der wird aber trotzdem auch ein bisschen durchs Gespräch führen und natürlich auch so ein bisschen dafür sorgen, dass wir irgendwo, ja, ein bisschen dem roten Faden folgen, wenngleich wir immer wieder links und rechts ein bisschen abbiegen werden. Dafür sind wir aber auch bekannt. Deswegen, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Malone habe ich ja zum Beispiel auch gerade erst wieder ein zweites Mal sogar schon vor ein paar wenigen Wochen, zwei Wochen sind es glaube ich, drei, zwei, in Frankfurt getroffen. Das ist schon so lange her. Genau. Da hat man sich ja dann auch schon wieder mal quasi persönlich begrüßt, kennengelernt, gequatscht. Das war ganz schön. Und umso mehr freue ich mich jetzt aufs Gespräch. Gut, Dani, ich würde mal sagen, du führst durchs Gespräch, du fängst an und ich grätsch wie immer rein. Man kennt mich. Ja, ja klar. Also vom Ding her, wir machen das eh klassisch. Und ich glaube, ja, Malone, wir machen, wir starten einfach, erzähl mal von dir. Und erstmal natürlich interessiert uns dein Magic-Hintergrund. Wie hast du angefangen? Wie bist du zu Magic gekommen? Wann hast du potenziell wieder aufgehört? Und allein da fallen uns wahrscheinlich schon bestimmt wieder viele Anknüpfungspunkte an. Aber das ist so der Standard. Und ja, schieß gerne einfach mal los. Erzähl über dich. Ähm, ja, also ich spiel tatsächlich noch gar nicht so lange Magic. Ich hab angefangen vor fünf Jahren ungefähr. Wann kam Guilds of Ravnica raus das letzte Mal? Zwischen Dominarium und Guilds of Ravnica. Da hab ich angefangen zu spielen. Das ist ja sogar nach mir. Krass. Ja, ich spiel noch nicht so lange. Und zwar hatte ich vorher, ähm, Hearthstone ein bisschen gespielt. Also ich war nie wirklich gut. Äh, es gab so ein, zwei Decks, die konnte ich ganz gut. Aber das war's auch. Ähm, und dann hat irgendwie ein Freund von mir hat dann noch mal über Magic gesprochen und hat gemeint, ja, es gibt jetzt auch Magic Arena. Und dann war ich halt so, ja, okay, dann guck ich mir das halt mal an so. Und dann war ich tatsächlich in den letzten drei Tagen von der Beta noch irgendwie, von der Closed Beta. Ähm, und dann habe meine Freundin und ich haben dann zusammen angefangen, äh, Magic zu spielen. Wir haben uns dann Dual Decks gekauft. Ähm, und zwar Cursed vs. Blessed. Also mein erstes Deck war auch direkt ein Zombie-Deck. Ähm, das war auch so ein Grund, warum ich Magic halt direkt mochte. Es war einfach, es waren halt Zombies, aber nicht diese typischen, äh, modernen Zombies, sondern so richtig schön Innistrad-Zombies halt einfach. Und das fand ich halt super, super nice. Und, ähm, ja, das andere Deck war dann so ein, ähm, Azorius-Geist-of-Saint-Draft-Deck halt auch super nice. Und, ja, dann haben wir halt angefangen, ein bisschen zu zocken. Und, äh, ich hab halt ziemlich viel Arena direkt gespielt. Und ich glaub, ich war auch relativ schnell ziemlich tief drin. Also ich hab wirklich, äh, auch dann irgendwie familiär ein bisschen ätzende Zeit gehabt, wo ich mich dann auch so reingeflüchtet hab, so ein bisschen mehr Magic zu spielen als nötig. Ähm, und ja, dann war ich mit Doom Foretold, Esper, äh, Yorian List, war dann das erste Mal, wo ich auch Mythic geschafft hab. Ja, das erinnere ich mich heute noch. Ähm, gegen Mono Rot im letzten Spiel. Und das, äh, das war dann für mich so ein, ja, ich glaub, ich, vielleicht mag ich Magic doch ganz gerne. Und dann hab ich natürlich auch angefangen, äh, CGB zu gucken. Und MTG Arena Original Decks waren dann so die zwei Sachen, die ich viel geguckt hab. Und, ähm, ja, dann kam auch ziemlich schnell mein erstes Commander-Deck. Äh, ein Zedro Chaos-Deck hab ich mir gebaut. Äh, mit Warp World und so Sachen im Deck fand ich auch ziemlich cool. Und seitdem hab ich dann halt eigentlich ununterbrochen fast jeden Tag Magic gespielt. Halt auch Commander. Hab auch andere Leute damit infiziert. Das ist vor allem halt durch Arena hab ich halt ziemlich viel Magic gespielt halt einfach. Und, ähm, ja, dann bin ich umgezogen nach Wuppertal, äh, 2020 war das jetzt. Ähm, und dann sind noch ein paar Sachen in meiner Familie passiert so, die, äh, etwas traurig waren. Da hab ich gedacht, okay, jetzt ist, Leben ist zu kurz. Ich leb jetzt einfach mal meinen Traum. Mach jetzt einfach mal einen YouTube-Channel. Und da bin ich jetzt zwei Jahre später. Zwei Jahre und drei Monate später. Und, äh, ja. Also, Daniel, ich brauch kein Script mehr. Ich hab jetzt schon tausend Fragen. Wie immer, der Klassiker. Ich hab schon genug Punkte, da könnte ich unfassbar reingrätschen. Aber das ist praktisch so mein Magic-Werdegang bis jetzt halt so. Also, viel hat sich da auch seitdem nicht geändert. Ich spiel unfassbar gern Commander und, äh, trotzdem halt immer noch Standard. Aber ja. Okay. Dank Corona nicht so viele Events gemacht. leider. Lass uns mal chronologisch vorne anfangen. Ähm, spannend find ich den Übergang von deiner Aussage, du hast mal so ein bisschen Hearthstone gespielt. Also, so hab ich's interpretiert. Also, das würde ich jetzt nicht so gleichsetzen mit dem, wo du momentan bei Magic stehst. Richtig verstanden? Also, das war halt so ein bisschen gepänkel, oder? Ja, ja. Das weiß ich. Also, ich hab zwar fast jeden Tag gespielt, aber es war nie so, dass ich gedacht hab, oh, cool. Ich, äh, hab jetzt Bock, da irgendwie mal einen Channel zu machen oder größer zu werden. Also, war just for fun mal so nebenbei. Genau. Heißt? Das heißt aber dann wiederum im Umkehrschluss, du kommst eigentlich gar nicht aus so einer, ich sag jetzt mal, traditionellen, ähm, Kartenspiel, äh, Vergangenheit, wo du sagst, hey, ich hab früher mal Berührungspunkte mit Pokémon gehabt, mit Yu-Gi-Oh! und wie so halt. Das hast du, hast du das gehabt? Ja, okay, da kam schon das Finger. Ich hab, äh, Pokémon gespielt, als es rauskam. Also, ich bin auch immer noch, ähm, geb ich auch gerne zu. Okay. Riesiger Pokémon-Fan, so. Ähm, okay. Also, ich, äh, weiß nicht warum, es hat irgendwie, es hat mich mein Leben lang verfolgt einfach und als Pokémon Rot und Blau die Gameboy-Spiele rauskamen, ähm, war ich damals mit meinem besten Freund im Karstadt und wir haben uns beide gekauft und ich war so aufgeregt. Ich hab das Spiel auf der Theke liegen lassen und musste zurückrennen, es nochmal holen. Also, ich hab dann auch das Pokémon-Sammelkartenspiel gespielt und wenn ich jetzt mal zurückdenke, was ich alles hatte, also wirklich diese ganzen Karten, die heute halt für ein paar tausend Euro über den Tisch gehen, egal in welchem Zustand, die hatte ich halt alle. Also, ich hatte wirklich halt alle so und, äh, ich hab auch tatsächlich, ähm, vor zwei Jahren oder so mir auch mal das TCG für den Computer runtergeladen. Es gibt ja auch Pokémon Online, so das TCG und, ähm, das fand ich auch ganz okay so. Also, ich find halt, es ist ein bisschen, es ist so Tutor das Game. Also, du kannst halt wirklich alles tutoren die ganze Zeit. Du bist eigentlich die ganze Zeit nur, du holst dir irgendwas aus dem Deck, was du brauchst und dann spielst du halt so. Aber was ich halt cool fand an dem Pokémon TCG, dann hör ich auch damit aufzureden, dass das halt, ähm, das ist so eine Pre-Build-Deck-Liga. Das heißt, du hast zwei Lieden. Entweder du baust halt dir ein Deck und spielst damit gegen andere Leute, die so ein Deck gebaut haben. Oder du nimmst dir ein vorgefertigtes Deck, was du halt im TCG Online kaufen kannst für Coins und spielst dann auch wirklich nur gegen andere Leute, die auch nur solche Decks halt haben. Das fand ich halt zum Beispiel ganz angenehm und auch was, wo ich denke, sollten sich andere Online-TCGs vielleicht mal eine Scheibe abschneiden. Macht Sinn auf jeden Fall. Aber dann haben wir ja doch einen Kartenhintergrund. Den hab ich jetzt so ein bisschen gesucht und der erklärt jetzt natürlich, okay, also du bist jetzt nicht völlig, wie soll ich sagen, Quereinsteiger gewesen, wie man ihn jetzt in der Berufswelt nennen würde. Nee. Also du hattest schon einen Draht dazu. Okay. Hearthstone-Übergang zu Magic war dann einfach auch irgendwie, so hätte ich es jetzt auch wiederum rausgehört, eher ein Zufall. Kann man das so nennen? Also einfach nur so ein Tipp und probier's mal aus und irgendwie hat's dann doch relativ schnell getriggert, oder? Also es ist so, ich hab einen ziemlich guten Freund von mir, dem vertraue ich sehr, wenn es um Spiele und so Sachen halt geht auch. Der hat mir zum Beispiel auch Terraforming Mars gezeigt damals, wo ich dann auch super hängen geblieben bin. Gutes Spiel. Und dem hab ich halt gesagt, ja, ist auf jeden Fall, das war für mich so das Spiel, wo ich gesagt hab, es gibt eigentlich kein besseres Brettspiel so. Und seitdem bin ich auch voll in die Brettspiele eingestiegen, ist auch ein zweites Steckenpferd von mir. Und ja, der hat halt irgendwann gesagt, du, spiel doch einfach mal Magic so. Es ist einfach wie Hearthstone nur in gut. Da hab ich gedacht, ja, okay, mal gucken halt so. Und ja, er hatte halt einfach recht. Also ich find, Magic ist wirklich, ähm, von allen Spielen, die ich bis jetzt gespielt hab halt, und ich hab einige Spiele gespielt, immer noch in meinen Augen das beste Spiel. Also, was Leute sich beschweren, Powercreep hin und her und die Card ist broken und das muss gebannt werden und so weiter hin und her, ja, das kann mal passieren. Aber es ist trotzdem einfach das bestgemachteste Spiel, das es gibt in meinen Augen. Also, ich find, es gibt nie einen Punkt, wo ich sag, boah, das Spiel geht mir grad völlig auf die Nerven, so. Es ist halt Pech, es gibt halt Variants und sowas, aber ansonsten find ich, es ist einfach das ultimativ gute Spiel einfach. Ich kann das auf jeden Fall so nachvollziehen, ähm, weil das Spiel einfach zu gut ist, ähm, stimme ich dir total zu. Ähm, was ich mich frage, weil ich bin jetzt einer der Fraktionen, die, glaub ich, schon, die schon etwas länger Magic spielt, also die recht, ähm, ich glaub 2001 oder 2002 oder so angefangen haben. Und, ähm, trotzdem war das, als ich zu dem Spiel gekommen bin, für mich total überwältigend, wie viel Historie da noch drinsteckt. Da waren ja, das ist ja 1993 gestartet, also da waren fast zehn Jahre, äh, vergangen, ähm, die ich verpasst habe als Spieler und die ich aufholen musste und die, wo ich irgendwie so ein, so eine, so ein FOMO-Effekt hatte, würde ich fast sagen. Wie war, wie ist das jetzt gerade für dich so als, sag ich mal, du bist über Arena reingekommen, was nochmal einen ganz anderen Bezug zum Spiel bringt. Wie blickst du quasi auf alte Magic-Karten, auf sowas wie Commander und kannst du dann gerade vor allem diese ganze Aufregung über, über Wizards und über diese Magic-30-Geschichte überhaupt dann so nachvollziehen? Mir ist gerade eingefallen, dass jetzt, wo du's sagst, ich hab tatsächlich in der achten oder neunten Klasse das erste Mal Magic gespielt, aber das war so lange her, dass ich schon fast vergessen hab, aber bevor es jetzt heißt, ich würd lügen, ähm, ich kann mich allerdings auch nicht mehr genau erinnern, also das Set, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Set war, ähm, auf jeden Fall war es irgendwie so ein, das Set-Symbol war so ein Schneekugel auf irgendwas Geschlängelten und ich hab's letztens auch nochmal gesehen. Oh, Odyssey. Es kann gut sein, ja, es gibt auch ein Artefakt in dem Set, was genau so aussieht halt wie das Set-Symbol, ähm, ja, und das war, ich wollte grad sagen, Miss Merrick Orb fällt mir auch sofort ein, ja. Kann sein, ich müsste gucken, so, ich, äh, ich guck gleich mal nach. Auf jeden Fall, ähm, das war so meine erste Berührung und da hat mich jemand so verhärtig gemacht im Spiel, da hab ich gesagt, Magic ist nix für mich so und der Nachbar, der unter uns gewohnt hat, war ungefähr zwischen mir und meinem großen Bruder in dem Alter, der hatte auch halt unfassbar viele Magic-Karten, ähm, und da hab ich auch ein paar halt einfach gehabt so, aber das war nie, dass ich wirklich Magic gespielt hab, so, ich hab's halt mal gesehen. Ähm, deswegen kenn ich halt viele von den alten Artworks tatsächlich, so aus Erinnerungen und sowas. Und, ähm, wenn ich, als ich in Magic eingestiegen bin, seitdem hat sich halt an dem Spiel selbst nicht viel verändert, also, es gab jetzt Sachen, die ich zum Beispiel fragwürdig fand, waren Sachen wie, ähm, dass Secret-Lehrkarten auf einmal Legacy legal werden, ähm, dass du halt auf einmal Sets hast, die eigentlich keine wirklichen Sets sind, aber trotzdem gespielt werden dürfen. Da denk ich mir halt, ey, gut, dann sollte es ein Format nur dafür geben, weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie, für mich ist das, was, das macht keinen Sinn, aber das ist auch irgendwie mein persönliches Empfinden dem Spiel gegenüber. Ähm, wenn ich halt aber jetzt mal sehe, ich hab jetzt das Dominaria Remastered-Set zum Beispiel gesehen, ähm, hab's auch gedraftet und auch mir selbst eine Box gekauft, weil ich gedacht hab, ja, ist bestimmt cool, so. Und ich hab so viele Karten gesehen, wo ich gedacht hab, wow, die sind echt schwach einfach. Also, ich mein, im Vergleich zu dem, was man halt heute gewohnt ist, so. Ähm, als ich angefangen hab zu spielen, gab's halt einfach Teferi Hero of Dominaria, so. Und das war für mich halt so, zwar immer noch eine der stärksten Karten zu der Zeit, aber ich hab mir auch gedacht, ja, das ist halt, so ist halt Magic, so. Das ist halt das praktisch, aber ich kann halt jeden verstehen, der sagt, ey, sorry, das ist Bullshit, so, weißt du, so, das ist, die Karte ist viel zu mächtig einfach. Ähm, und ja, allgemein, Planeswalker gibt's ja auch noch nicht so lange, hab ich gehört. Ähm, weil ich kann jeden verstehen, der's einfach gewohnt ist, mit Savannah, Alliance zu spielen und dann halt auf einmal gegen Teferi antreten muss, dass er sagt, nee, sorry, das ist mir halt einfach zu viel. Aber dann spielt's halt nicht. Also, ich bin wirklich der Meinung, ähm, dieser doofe Spruch, es ist nicht alles für jeden, kann ich halt voll nachvollziehen, so. Ähm, die Spieler waren's halt gewohnt, dass es einfach drei, vier Sets im Jahr gab, glaub ich, maximal. Und das war's. Mehr gab's halt nicht. Und inzwischen gibt's halt die Sets, dann gibt's Secret Lair, dann gibt's noch Commander-Sets, dann gibt's noch Commander-Decks. Es gibt einfach so viele Produkte, was man aber auch mal aus nem Standpunkt von einer Firma, die das macht, auch nachvollziehen muss. Die versuchen natürlich, so viel Geld zu verdienen wie möglich. Und wenn die Leute's kaufen, warum sollten sie dann aufhören,'s zu machen halt so. Aber dann kauf halt nur die Sachen, die dich interessieren. Und ich denk halt, ich kann vor allem jeden verstehen, der sich über Magic 30 aufgeregt hat. Also, das war absoluter Bullshit. Und einfach, wenn man mal andere Spiele vergleicht, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und so weiter, ähm, was die gemacht haben an Geburtstagen, dann haben die Karten, waren's ja dann auch nicht Turnier-Liegel, aber die waren dann halt trotzdem, konntest du dann für drei Euro oder so so ein Pack kaufen. Und nicht halt für 250. Und deswegen ist das halt, ja, absolute, ja, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, find ich. Feiert mit uns, aber nur wenn ihr halt Millionäre seid, find ich ein bisschen krass, so. Ähm, wie gesagt, es ist immer okay, dass es Produkte gibt, die für, wie man sie nennt, Wale sind, so. Ähm, ist auch in Ordnung, es gibt immer Leute, die haben einfach so viel Geld und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie wirklich halt acht Stunden am Tag arbeiten gehen und die kommen heim und schlafen. Ähm, und ansonsten geben sie ihr Geld nur für Urlaub aus und für den größten Fernseher, den es gibt. Ansonsten haben sie halt einfach so viel Geld dann übrig. Klar, mach Produkte für die, so, ist in Ordnung. Aber vielleicht grad so was wie Magic 30 sollte eigentlich für die Fans sein und nicht halt für diese kleine Gruppe und vor allem nicht für Hasbro halt, um Geld zu verdienen. So, deswegen, da kann ich den Ärger auf jeden Fall verstehen. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich auch gerade, bevor, dass du, weil du neu reingekommen bist, auch eine erfrischende Ansicht. Also auch mal wieder, ähm, so ein bisschen konträr, ähm, sag ich mal, was so viel der, ähm, der Internet-Vibe ist, wo man sagt, okay, das ist, das ist zu viel Produktflut, aber klar, wenn man es gewohnt ist, auch vor allem mit der Stärke der Karten eigentlich quasi eingestiegen ist, ähm, finde ich eine sehr, sehr gute Sichtweise. Ich möchte nur ganz kurz ein, bevor es in den Kommentaren irgendwie Kritik hagelt, es war, ähm, Mirari heißt die, ähm, heißt die Karte. Genau, genau. Nicht Miss Mary Gaw, weil der kam erst in Merodin, ähm, in, äh, Mirari war in Odyssey, nicht das, ähm. Absolut, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich sofort, 100%. Ja, nicht, dass es dann in die Kritik hagelt, weil wir, ähm, Karte zertauscht haben. Malone, ich würde noch ganz kurz an dem Punkt ein bisschen nochmal einhaken, wo du sagtest, okay, du hast jetzt dann eigentlich, ähm, initial mit Arena angefangen, so weit, so gut, bist aber dann relativ schnell auch, äh, zu Commander übergegangen und spielst seitdem quasi sehr, sehr viel Magic. Kannst du da nochmal ein bisschen Einblicke geben, ähm, von welcher Rage sprechen wir da? Also, ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Hintergrund Playgroup, sei dir da ein kleiner, harter Kern, hast du dir da irgendwelche Leute gesucht, ist das irgendwie eine größere Runde? Wie viel spielt ihr denn, ich sag jetzt mal, physisch Magic und wie viel spielst du vielleicht auch so im Vergleich, ähm, jetzt, ohne dass wir jetzt schon auf deinen eigentlichen Kern eingehen, wie viel spielst du denn sonst so, ähm, Magic, wenn es jetzt nicht unbedingt nur um Streaming geht, auch digital? Ähm, also ich spiel tatsächlich nicht mehr so viel Magic, ähm, digital außerhalb vom Aufnehmen und vom Streamen. Mhm. Ähm, einfach auch deswegen, weil, also am Anfang von einem neuen Set sehr viel. Also, dann bin ich immer voll drin und muss erst mal zocken, weil's mir mega viel Spaß macht. Ähm, aber danach, dann hab ich auch andere Sachen. Also, es ist auch so oft so, dass dann gegen Ende der Meter vor allem, ähm, wird's dann halt so stale, halt so irgendwie alles das Gleiche. Man spielt dann gegen dieselben drei, vier Decks, was ja auch okay ist, die Leute wollen gewinnen, ne? Ich beschwär mich nicht darüber, dass es zu wenig irgendwie, ähm, Varietät gibt. Aber es ist dann halt so, ich hab dann keinen Bock, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, dann direkt halt da nochmal reinzuspringen. Aber darüber, wie das beim Aufnehmen läuft, und so reden wir dann später noch ein bisschen, glaub ich. Ähm, ich hab tatsächlich ne Playgroup auch, mit der ich spiele, ähm, vor allem halt jetzt, wo wir umgezogen sind nach Wuppertal. War's natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil halt einfach, äh, ja, ich hab keinen gekannt, wir kannten niemanden so. Und dann haben wir dann online irgendwie über Facebook ne Playgroup gefunden. Und, ähm, ich komm ja eigentlich aus dem Saarland. Und dann haben wir mit dem einen gesprochen, da haben wir gemeint, wo kommst du eigentlich her? So, ja, ich hab in Berlin gewohnt, aber eigentlich komm ich aus dem Saarland. Na, was, äh, gut, super. Ähm, der andere ist jetzt zurückgezogen nach Belgien, aber tatsächlich hatten wir auch ne Brettspielgruppe auch über Internet gefunden. Ähm, und den einen hab ich halt komplett mit Magic infizieren können. Also, dem hab ich ein, äh, dieses Legends-Meta-Deck jetzt, äh, von Dominario United irgendwie geschenkt, ähm, weil ich davon auch eins zu viel rumfliegen hatte. Danke, Wizards of the Coast dafür. Und, ähm, dann hat er sich das jetzt gecheckt und der spielt das halt jetzt. Und der hätte auch beinahe, war's gestern, vorgestern gewonnen, wenn er ne Karte richtig gelesen hätte. Aber dann hab ich Top-Deck und hab dann das Spiel gewonnen. Also, es war wirklich nur ein Top-Deck-Sieg. Und, äh, ja, also, das ist so einmal die Woche bis einmal alle zwei Wochen leider nicht so viel. Ähm, der Play, ähm, der, der, der LGS, den's hier gibt, der erlaubt keine Hunde. Und wir haben eigentlich unseren Hund immer dabei, so. So, deswegen, ähm, gehen wir da halt einfach nicht hin, so. Das ist dann auch für mich nicht irgendwie, das fühlt sich nicht bitter an oder sowas, halt einfach, ja, okay, ich geh da halt nicht hin. Der Laden existiert für mich halt nicht so. Ähm, aber ja, außerhalb von Commander, also, ich bin kein großer Fan von rotierenden Formaten. Ich hab zwar viele Karten, aber ich seh's halt nicht ein, zu sagen, okay, ich geb jetzt, ähm, 300 Euro für ein Mono-Black-Deck aus, das dann in halt einem Jahr vielleicht irrelevant ist, so. Ähm, nur um die vier Shared Rates zu haben und so weiter, das ist es mir halt nicht wert, dann so. Ja, deswegen finde ich, dass halt Commander das perfekte Format für mich, weil ich halt viele Karten hab, weil ich mir halt immer mal ne Boosterbox gönne, so, ähm, bei jedem Set, aber oft halt dann auch nur einmal. Und das reicht ja dann auch, wenn man Commander spielt, braucht man sie auch nur einmal. Genau. Deswegen, also, ich spiel zwar jeden Tag Magic, aber Paper Magic leider nicht so viel, wie ich gern würde. Bin dann immer froh, wenn's Command-Fest gibt in Frankfurt oder jetzt das Jahresend-Event auch, ähm, in Frankfurt. Das war halt einfach cool, einfach dann noch mal zu sitzen und mit verschiedenen Leuten noch mal spielen zu können, weil das ist ja tatsächlich so halt das Wichtigste an Magic, The Gathering, so. Heißt das, aber die Aussage fand ich grad spannend, du würdest gerne mehr, äh, Paper Magic spielen. Tatsächlich, ja. Okay, aber dann auch Commander, also einfach, dass du sagst, das ist regelmäßiger und das würdest du so jeden dritten Abend so nach dem Motto mal anstoßen, oder was verbirgt sich dahinter? Also ja, Commander würde ich auf jeden Fall viel lieber öfter spielen, natürlich, weil ich find, das ist auch das, ähm, ich find das Commander so das brettspieligste Format ist. Ja, klar. Also du hast wirklich das Gefühl irgendwie halt so, du spielst doch gegen jeden, aber du bist doch zusammen am Tisch zu viert, genau. Und das ist halt irgendwie dieses, wie bei Terraforming machst du ja auch, man spielt ja auch gegeneinander und man versucht ja trotzdem auch vielleicht Deals auszuhandeln oder Kommbau da nicht hin und dann, weißt du, keine Ahnung, dafür mag ich eine Greenery Dine, was weiß ich, so. Und das ist halt bei Commander, find ich, das ist halt supergeil, so. Das ist halt einfach super, wie soll ich's sagen, halt. Gesellig. Gruppefördernd, so, ja, es ist gesellig, genau das. Und, ähm, das ist halt für mich das Wichtigste so dran. Also ich spiel auch super gerne One-on-One und ich spiel auch öfters, ähm, wenn ich halt nicht aufnehme Best-of-Three. Es ist halt leider so, dass die Leute bei Best-of-Three oft ausschalten, beziehungsweise nur den wirklichen Pros zugucken halt irgendwie. Ähm, aber ja, wenn ich die Gelegenheit hätte, würd ich auch mehr spielen. Also ich bin ja zum Beispiel auch, letztes Jahr hab ich mir auch Vegas gegönnt, wo ich auch diese schöne Jacke her hab. Ähm, da war ja dann das Magic-30-Fest halt sozusagen. Und da hab ich auch, das war halt einfach super nice halt. Ich hab mit, ich glaub, ich hab irgendwie innerhalb von drei Tagen bestimmt zwölf Runden Commander gespielt und nie mit den gleichen Leuten halt. Und das fand ich halt einfach mega nice. Man sieht dann auch mal so die Unterschiede noch beim Power-Level und was für Karten es gibt. Und das ist ja auch eine Sache, die du eben angesprochen hattest. Ähm, wie reagier ich zum Beispiel auf alte Karten, grad wenn's um Commander geht und sowas? Ich bin dann halt immer überrascht und denk mir, krass, was ist das für eine Karte? Warum hab ich von der noch nie gehört und so? Und das find ich halt auch immer was Cooles einfach. Und das passiert halt beim Commander viel, viel mehr halt als bei anderen Formaten halt. Im Standard kenn ich jede Karte so. Ich erinnere mich vielleicht oft nicht an die Namen, ich geb's ehrlich zu, aber ich kenn halt jede Karte so. Ich seh die und weiß, was es ist und was sie macht. Aber grad im Commander, grad jetzt beim Jahresend-Event, da waren Sachen, wo ich gedacht hab, was zur Hölle ist das denn? Ich musste dann halt wirklich zwei-, dreimal lesen und denken, krass, ey, ich wusste gar nicht, dass es so eine Karte gibt. Und das noch abschließend, ich find grad halt bei Commander, auch im Paper natürlich halt auch besser, ich hab's auch mal, es gab irgendeine Plattform, wo du alle Formate einfach online spielen konntest. Es gab auch Leagen und sowas, also es war nicht MTG Online. X, ähm, wie hieß es mit X? Irgendwas, ne, irgendwas mit X. X-Mage. X-Mage. X-Mage, genau, das war's. Und da hab ich auch ein bisschen Commander gespielt am Anfang, aber das war halt richtig. Also damit kam ich gar nicht klar, so, das fand ich halt auch irgendwie nicht cool. Ich find auch Spelltable ist in Ordnung, aber es ist auch nicht mein Lieblingsart, Magic zu spielen. Ähm, aber ja, es ist halt einfach, ähm, dieses wie Karten, die man wirklich denkt, boah, ist die räudig so. Ist irgendwie voll die räudige Karte, so, mach allem jetzt einen Schaden so. Weißt du, im Commander denkt man sich, ja, okay, aber wenn der Commander sagt, immer wenn eine Quelle genau einen Schaden macht, schießt er noch ein paar Schaden zusätzlich, ist halt auf einmal eine geile Karte so. Und das find ich halt zum Beispiel super cool bei Commander. Wie, erstens, wie Leute halt Karten benutzen, wie Leute auf Karten reagieren, die man auch selbst spielt, was für Karten auch Staples sind und sowas. Das find ich halt einfach mega nice. Grad, wie gesagt, im Commander halt mehr als in jedem anderen Format. Kann ich total verstehen. Also, sorry, Dani, du hast ja nicht reingerettet. Mach du. Ähm, möchtest du noch auf das Commander-Thema drauf einsteigen? Weil ich wollte gerade quasi noch eine Frage weiterführend machen. Aber wenn du noch kurz auf das Commander-Thema reagieren möchtest, dann ... Ja, nein, also, es ist eine Mischung. Also, ich find's halt so spannend, vor dem Hintergrund, dass Malone ja den Hauptfokus gerade beim Streamen, wo wir später schon noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen, sehr stark ... Wir ticken gleich, Dani, ist doch alles cool. Warum dann bei dir dieser krasse Kontrast möglich ist? Weil das ist eigentlich eine sehr seltene Gegebenheit bei Magic-Spielern. Also, der Großteil der Spieler, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, hoffentlich verprügelt mich jetzt nicht unsere Community in den Kommentaren, ist ja eigentlich irgendwo, also, das Pendel schwingt ja schon eigentlich immer relativ deutlich eher in eine Richtung. Also, es gibt entweder eher die wirklich starken Pro-Commander-Spieler oder es gibt halt eher stark die Pro-One-Versus-One-Spieler, die halt irgendwie sich mehr messen wollen. Und deswegen find ich bei dir dieses, es fühlt sich nach einem sehr ausgewogenen Pendel, das find ich ziemlich spektakulär, weil das ist eine sehr seltene Gegebenheit. Also, wir haben ja schon auch einige Leute mittlerweile interviewt und auch in der Magic-Szene und Community schon ein paar Leute kennengelernt. Also, so in der Form ist mir bis jetzt kaum einer untergekommen, fairerweise. Also, das find ich ganz, ganz interessant. Unikat. Ja, ich liebe halt das Spiel einfach so. Also, ich sag jetzt auch mal so, wenn mir jetzt jemand ein, keine Ahnung, Modern-Deck hinlegen würde und mir kurz erklären würde, was das Deck macht, dann würde ich das genauso spiel, genauso feiern halt wie Commander. Und wenn ja auch jemand, also ich spiel selbst kein CDH zum Beispiel, aber ich hab extremes Interesse einfach mal dran, mal so ein Deck zu sehen, wie es funktioniert. Und ich glaub, dadurch, also ich glaub, meine Liebe zu Magic ist halt wirklich allumfassend. So doof das jetzt klingt. Das soll jetzt auch nicht irgendwie religiös wirken oder sowas. Aber es ist halt wirklich, es ist halt so bedingungslos. Es ist nicht gebunden an eine gewisse Meta oder es ist nicht gebunden an jetzt ein gewisses Deck. Und es gibt natürlich Decks, die machen mir viel mehr Spaß. Und ich reg mich auch dann halt tierisch genau wie jeder andere auf, wenn irgendwas halt grad mal richtig mies läuft halt so. Weißt du, zum Beispiel, wir haben letztens einen Cube gespielt auch. Das fand ich auch super nice. Einfach ein Freund von mir, der halt einfach einen Cube selbst zusammengebaut hat. Und ich fand's halt super cool. Und obwohl ich halt sagen würde, dass ich zum Beispiel super schlecht drafte, würde ich halt nie sagen, ich drafte jetzt halt zum Beispiel nicht. Weil das halt auch nochmal eine Art ist, das Spiel zu spielen. Und ich denke, was ich halt, um nochmal kurz, warum ich zum Beispiel Terraforming Mars so mochte als Brettspiel war, weil das jedes Mal ein anderes Spiel ist halt einfach. Und ich finde, das ist grad bei Commander zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist jedes Mal ein anderes Spiel. Bei CDH jetzt natürlich ein bisschen anders, weil man zum Beispiel, ich hab mir gestern mit Leon ein paar CDH-Decks mal reingezogen, wo wir uns dann auch immer über den Preis gewundert haben und so. Dass halt so Decks einfach mal bei 3000 bis zu 40.000 Euro einfach mal gehen können. Ähm, also da hab ich auch gar nichts dagegen so. Es ist halt einfach, ich hätt das Geld halt nicht dafür. Es ist halt auch, jedes Spiel ist halt einfach anders so. Und das ist halt, find ich halt irgendwie cool. Und das ist halt auch im Standard halt eigentlich auch so. Also natürlich hast du verschiedene Match-Ups und so weiter. Und die Match-Ups sind ähnlich. Und man weiß dann, wie man sideboardet und welches Sideboard-Kartenhand man eher behalten würde dann im Spiel 2 und Spiel 3 und so weiter. Aber das sind halt auch Sachen, die sind halt jedes Mal anders. Weil du weißt nicht, solange du keinen Senseis-Divining-Top spielst, weißt du nicht, was so ein Top deiner Library ist. Und das ist halt, das macht das Spiel halt irgendwie cool. Also vielleicht bin ich auch zu sehr ein Gambling-Man, aber ich liebe halt einfach Magic in jeder Facette so. Das ist halt wirklich was, da bin ich wirklich froh drum. Weil es ist auch mein Job inzwischen. Und ich sag nie, ich hasse dieses Spiel. Ich sag vielleicht, ich hasse den Tag, weil's grad schlecht läuft oder so was. Aber ich sag nie, es ist wegen Magic. Nie halt so. Jetzt lass ich Dani reden, weil vielleicht haben wir wieder die gleiche Frage ziemlich gespannt, was du jetzt fragen willst. Weil ich hab noch was. Mach du mal. Also für mich ist erst mal ganz plump die Frage, warum machst du eigentlich kein Commander-Content einfach dann auf YouTube? Also warum hast du einfach aufgrund der Ästhetik, dass du dann gesagt hast, ich spiele Standard? Ich hab, ähm, ja, als ich angefangen hab, Standard zu ... Äh, als ich angefangen, Content zu machen, hatte ich noch keine Group. Also da war's wirklich so, da war ich hier allein und ich hätt über Spelltable vielleicht was machen können. Aber ich kannte ja auch niemanden. Also ich bin ja wirklich ... Es war ja nicht so, als hätt ich schon mal Freunde in der Magic-Community gehabt oder so was. Ähm, ich hab halt Leute gesehen und hab mir gedacht, krass, das ist verrückt, was ... Also ich war noch nicht mal auf Twitter oder so. Also inzwischen bin ich auch auf Twitter seit jetzt fast zwei Jahren und seh halt immer, es gibt halt einfach eine krasse Community halt so. Und auch dann, dann gibt's noch mal die CDH-Staple-Leute so, wo man sagt, das sind die vier, fünf Leute, die reden die ganze Zeit über CDH und wenn die was sagen, dann hörten die Leute zu. Dann gibt's die Leute, die reden da über Casual Commander. Dann macht der eine Commander-Show. Und ich muss sagen, eine Commander-Show fänd ich schon super cool. Aber ich glaub, dass es den Aufwand, den ich dafür betreiben müsste, für eine Commander-Show, so wie ich sie mir vorstelle, ist es, glaub ich, erst dann wert, wenn ich noch mal ein bisschen bekannter wäre. Also wenn wir jetzt dann zum Beispiel in zwei Jahren und ich bin bei, sagen wir jetzt einfach mal 100.000, ich behaupte es jetzt einfach mal, kann ja sein, kann ja passieren so. Ihr habt das hier zuerst gehört. Zwei Jahre, auf den Tag, genau. Nee, aber wenn ich einfach mehr Reichweite hätte und sagen könnte, okay, ich kann jetzt am Wochenende mich mal hinsetzen, ein kleines Studio aufbauen, ich mein, das ist ja dann nicht ... Ich weiß ja auch, wie ich's machen würde, zwei, drei Kameras aufbauen und dann wirklich halt einfach mal vier, fünf Spiele filmen. Da hätt ich dann das Material für einen Monat, dann schneide ich das zusammen, ich bearbeite das alles selbst, weil mir das auch super viel Spaß macht. Das ist auch für mich Teil, warum ich das gerne mache. Die Postproduktion und so weiter, dann würd ich schon auch eine Commander-Show machen. Aber die müsste halt mindestens, mindestens von der Qualität her, halt, ja, wie die CGV-Commander-Show, wenn nicht sogar halt besser sein. Also das wär für mich das Mindestmaß halt. Das ist halt der Grund, warum ich sag, da ist halt Arena-Content einfach besser, weil das war eine Sache, die war mir vom Anfang an extrem wichtig, dass egal, wer das sieht, sich denkt, okay, warum hat der nur so wenige Subs? Seine Qualität ist supergut. Weil es gibt einfach superviele Leute, die machen Content und das ist auch keine Kritik oder sonst irgendwas. Die haben vielleicht auch einfach nicht diesen ästhetischen Anspruch wie ich, aber für mich ist es extrem wichtig, dass die Kamera-Qualität gut ist, dass die Sound-Qualität gut ist, dass nix ruckelt, dass der Sound aufeinander abgestimmt ist, dass nix zu laut, nix zu leise ist. Und das hat zwar eine Woche, zwei gedauert, bis ich da wirklich halt glücklich war, mit jedem Tag ein bisschen was verändern und so weiter. Aber das ist halt so mein Mindestmaß an Qualität, wo ich halt den Anspruch hab. Ich bin auch jetzt immer noch am Verbessern. Ich hab jetzt meine Wand vollgemacht mit irgendwelchen Schaumstoff-Lamellendingern, die halt den Ton auch ein bisschen schlucken. Das heißt, wenn ich jetzt halt, ja, ich hab mir halt die Thomann jetzt besorgt, aber die fallen die ganze Zeit von meiner Wand und ich muss alle fünf Minuten nochmal festkleben, weil ich den falschen Kleber besorgt habe. Montagekleber. Ja, so was brauch ich. Genau, den hab ich mir jetzt bestellt. Ich hab mir noch einen Greenscreen jetzt besorgt, weil halt ich hab hier so einen doofen Wrap-Around um meinen Stuhl, wie ihr seht, der halt, ja, das ist halt, wenn ich mich bewege, dann hab ich halt Ecken und man sieht dann mein Zimmer hier unten oder sowas. Das mag ich halt nicht so. Das stört mich dann halt. Und ich denke, das ist halt der Grund, warum ich bis jetzt auch sagen würde, eine Commander-Show, die müsste halt, ja, einfach, die erfordert zu viel Arbeit für das, was ich momentan halt mir leisten kann halt so. Ähm, ich kann zwar jetzt von YouTube leben, in Anführungszeichen, aber halt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich hab jetzt genug Zeit noch für Nebenprojekte und wenn die nicht laufen, dann was soll's so. Ist halt, ich hab ja genug Geld. Sondern ich müsste halt schon sagen, ja, okay, die Werbung, die das generiert, müsste schon laufen. Lass uns mal bei dem ... Also ich nehm ihn gedanklich gerne mit, weil das ist auch sehr, sehr spannend. Ich will nur ganz kurz noch mal auf den einen Aspekt vorhin eingehen, mit dem, ähm, was du gesagt hast, von wegen, dass das Magic jetzt grad so deine allumfassende Liebe irgendwie genießt. Ich würd ganz gern da noch eine Frage hineinschmeißen, weil danach fühlt sich's für mich an. Wie viel steckt denn in dieser, wie soll ich sagen, in dieser bedingungslosen Liebe, die du aktuell für dieses Spiel hast, aber auch ein bisschen Aspekt drin, dass du ja auch erst leider so spät dazugekommen bist, weil das ist ja auch etwas, ähm, unsere Geschichten, die sind sehr deckungsgleich. Also allen Ernstes, wir haben fast zur gleichen Zeit angefangen. Wir haben beide früher mal ganz kurz einen Berührungspunkt mit dem Spiel gehabt und, ähm, ich würd jetzt mal behaupten, wir beide ärgern uns sehr, dass wir in unserer Jugend nicht irgendwie mehr Berührung mit diesem Spiel hatten und es nicht schon länger als Teil unseres Lebens vielleicht und als Hobby hatten. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch da von dir so eine gewisse hohe Toleranz da ist und Schmerzgrenze, dass du sagst, doch, ich hab grad auf alles Bock. Also mir macht jedes Format Spaß und ich will irgendwie alles genießen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie sehr trifft die Aussage zu? Ähm, also ich bereue es gar nicht, so spät angefangen zu haben. Was ich ein bisschen bereue ist, aber das liegt auch daran, dass ich so spät angefangen habe, halt, dass ich, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht ein Jahr, zwei früher mit Content angefangen habe. Okay. Ähm, weil ich, glaub ich, diesen großen Arena-Schwung, der auf YouTube passiert ist, deswegen nicht so mitholen konnte. Ähm, wie jetzt zum Beispiel CGB, Hello Good Game, MTG Arena Original Decks oder auch Mono Black Magic halt. Das waren halt die ersten, oder Legend wie die natürlich auch, ähm, das waren halt die ersten großen so. Das gab halt damals vier, fünf Leute und jetzt gibt's halt vier, fünfhundert Leute, die Content machen. Aber abgesehen davon bereue ich das eigentlich nicht wirklich, weil halt, ich spiel's jetzt und ich hab nie darüber nachgedacht. Das ist jetzt das erste Mal auch, dass ich mich damit mit der Frage selbst halt beschäftige. Ähm, aber ja, also ich hab nicht das Gefühl, als, äh, müsste ich das bereuen, so. Meinst du noch zu zweit? Okay. Ja, nee, ich bin noch da, ich seh bloß, dass meine Kamera irgendwie krätschig macht. Ich kümmere mich drum. Okay. Dani übernimmt mal. Ja, wie gesagt, also ich bereue ich's tatsächlich nicht. Ich bin froh, ich hab, äh, den Weg dorthin bin ich gegangen und ich glaub, wenn ich früher angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel Spaß halt so. Und ich denk, halt auch noch mal irgendwie. Also das ist jeden Tag ein frisches Deckspiel und sowas, ist halt schon cool. Ja. Ähm, das glaub ich, ähm, vom, wir müssen da auf jeden Fall gleich noch mal ganz explizit auf das Thema YouTube, ähm, eingehen, weil das natürlich eine spannende Geschichte ist, dass du die Plattform YouTube für dich als Main-Kanal eigentlich so definiert hast in der ganzen Sache, was ja eigentlich für, für so eine Art von Content sich ja eigentlich immer in erster Linie das Gefühl Twitch anbietet. Aber, ähm, da kommen wir dann gleich noch mal drauf. Ich würde gerne noch einmal, ähm, auf den Punkt eben kommen, wo du gesagt hast, okay, und jetzt mach ich Content dazu. Du meintest, du, ähm, in deiner Vita, sag ich mal, du bist, ähm, das war privat eine schwierige Zeit, du bist eh sehr stark in der Magic versumpft, aber wann kam der Punkt, wo du sagst, ich möchte der Öffentlichkeit zeigen, dass ich Magic spiele und ich habe den Eindruck, ich bin entertaining genug oder der Inhalt, den ich präsentiere, ist, ähm, ist ausreichend, dass Leute da draußen geben könnte, die es interessiert. Ich muss jetzt nur lachen, weil mein allererstes Video ist so lame einfach, so wirklich halt, es ist gar kein Vergleich zu wie ich inzwischen Content produziere. Das geht an allen so. Ist es live? Ist es auf YouTube dein allererster? Kann man sich, ja, ja, das allererste Video ist, äh, Path of Exile, ich werd's nie vergessen, war ein Ashiok-Deck, weil ich halt ein Super-Dimir-Fan bin, immer noch war, also bin und immer war so, Dimir und Golgari waren so meine ersten großen, ähm, Lieben bei Magic. Ähm, ja, es ist halt wirklich gar kein Vergleich und das kam halt wirklich, ich bin da drin auch ein bisschen aufgegangen, also ich singe auch in einer Band und bin halt, also ich liebe halt, Entertainment, ähm, so doof das jetzt klingt, ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Steven Colbert kennt, der hatte auch eine Late-Night-Show in den USA und der hat früher bei der Daily-Show auch mitgemacht, hatte dann seine eigene Daily-Show, wo er, das war so ein bisschen politisch und das war auch eine der Serien, die ich geguckt hab, wo ich extrem viel Englisch gelernt hab halt so und, ähm, der war für mich halt immer so das, das Höchste des Entertainments, also ich find halt zum Beispiel, klar, man kann in einer Band spielen, das ist auch Entertainment, man kann auch jemand sein, der irgendwie Theater macht, das ist auch Entertainment, aber halt, ich find halt, Entertainment ist halt was super Wichtiges halt einfach, das ist ein super guter Skill, den zu haben und, ähm, als ich angefangen hab, Magic zu machen, war das noch nicht so mein Punkt, dass ich das gedacht hab, aber ich hab halt gedacht, okay, ich will irgendwie Content halt machen, also ich hab irgendwie immer dieses Gefühl gehabt, ich würd das gern mal machen, so, ich würd das einfach gern mal versuchen, ich hab, ähm, vor drei, vier Jahren mit einem Freund von mir wollten wir auch zusammen in, ähm, in Saarland dann einen YouTube-Channel machen, Nerd Heard sollte das Ganze heißen, wir hatten schon ein Intro, wir hatten schon einen Intro-Song, wir hatten sogar schon, äh, für hinterm Greenscreen so einen digitalen Raum, wo Sachen auf dem Fernseher passieren und sowas halt, ähm, hatten wir schon alles gemacht, aber wir haben einfach nicht ein Video aufgenommen halt so, also dann hab ich angefangen, auf Twitch ein bisschen, ähm, Injustice zu spielen, das war so ein, von den Mortal Kombat-Machern, aber im DC-Universum als so ein Fighting-Game, ähm, da haben mir 15 Leute zugeguckt so, aber das hat mir trotzdem halt Spaß gemacht halt, und als ich dann umgezogen bin, dann hatte ich zwar immer noch die Band, aber halt im Saarland, ähm, das heißt, dieses wirklich halt einmal die Woche Proben gehen, alle zwei Wochen spielen und so, war halt schwierig einfach und dann durch Corona natürlich noch mehr und mir hat irgendwie dieser, dieser Output gefehlt halt, einfach dieses künstlerische, dieser künstlerische Output hat mir einfach gefehlt, ähm, den ich unbedingt halt brauche in meinem Leben, also ich weiß nicht, ich bin halt, mein Vater war Musiker so, ich hab den immer auf Konzerten begleitet, wir haben sogar schon Konzerte zusammen gehabt, also nicht oft zusammen auf der Bühne, aber ich hab gespielt, danach hat er gespielt und so, ähm, das war für mich halt immer so ein Teil meines Lebens, mein kleiner Bruder macht zum Beispiel Rap, äh, ist auch in Deutschland, äh, in der Untergrundszene recht bekannt, Rum Tomsky, falls das irgendjemandem was sagt, wenn nicht, zieht's euch rein, ziemlich, ziemlich gut, ähm, natürlich behaupte ich das auch, weil es mein Bruder ist, aber dieses Entertainment-Ding hab ich halt immer gebraucht halt einfach und dann hab ich angefangen mit dem Content und hab das irgendwie direkt gemocht und es war halt wirklich so, ich hab, ich arbeite halt natürlich dann auch nebenbei noch ganz normal und hab immer noch meinen Job, war trotzdem, hab ich mich jeden Tag hingesetzt und ein Deck gemacht und das aufgenommen, beschnitten und früher hat das halt ewig gedauert auch, ne, bis ich dann, ich hatte einen richtigen Kartoffelcomputer mit einem Prozessor, der es einfach nicht konnte, ich hatte eine richtig schlechte Grafikkarte und dann hat's dann halt das Rendern von einem Video hat dann halt einfach genauso lange gedauert wie das Video, so, ähm, und das war auch so ein Punkt, einfach diese Postproduktion war was, was ich halt super gerne mache, ich hab zum Beispiel einfach ein Stop-Motion-Video für meine Band gemacht mit zwölf Fotos die Sekunde mit Claymation halt einfach, also das waren so Knetfiguren und das sind halt einfach Sachen, grad dieses Bild und Ton- und Videobearbeitung, Ton nicht so sehr, aber Videobearbeitung mach ich halt super gerne und das hat sich irgendwie halt so ineinander verwoben und ich hab halt gedacht, ja, ich spiel ja eigentlich nicht schlecht, ich bin jedes Season of Mythic so, dann kann ich's einfach mal probieren und, äh, dann hat sich das halt einfach entwickelt und irgendwie in kürzester Zeit hab ich Leute überholt, zu denen ich halt aufgeguckt hab am Anfang und jetzt bin ich halt, wo ich bin, also ich will's auch nicht irgendwie vermessen sein, aber ich kann schon stolz sein auf das, was ich geleistet hab so in den letzten zwei Jahren. Würde ich mal behaupten. Das auf jeden Fall, also ich mein, du bist jetzt gerade, so wie ich es gesehen hab, 17.000 Follower in zwei Jahren, das ist schon, schon, äh, eine Leistung, das in so kurzer Zeit das hinzukriegen, das glaube ich, ähm, das kann, gerade die Leute, die Content produzieren, wissen das glaube ich, ähm, zu wertschätzen oder die, die haben eine Ahnung, was das eigentlich für ein, für ein Anstieg ist, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber jetzt sind wir gerade dabei, du hast ja jetzt gerade erwähnt, ähm, dass du, äh, ja, eigentlich in der Band spielst, du liebst diesen, diesen Entertainment-Faktor, das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass du diesen Austausch mit der Community irgendwie geil findest, äh, oder halt mit den, mit den Fans. Dann ist es aber noch umso mehr die Frage, warum dann YouTube? Weil Twitch ist ja, hättest du ja Live-Interaction mit, mit deinen Leuten, also du machst auch ein bisschen was auf Twitch, es ist ja nicht so, dass du gar nichts machst, aber, ähm, dein Fokus liegt ja schon sehr stark auf dem YouTube-Kanal. Gab's da einen bestimmten Beweggrund oder war das auch, hat sich so entwickelt? Ähm, ich war tatsächlich nie so der Twitch-Mensch, also ich hab Twitch selten auch benutzt, einfach persönlich halt. Ähm, es gab halt echt selten Momente, wo ich gedacht hab, oh, ich hab jetzt sauer Bock, jemanden mal im Stream zuzugucken. Das gab's einfach super selten halt. Und, äh, wenn, dann hab ich mir sogar eher noch Vots reingezogen, die dann später auf YouTube hochgeladen wurden, äh, und hab da mal reingeguckt, aber es war halt wirklich selten, dass ich gedacht hab, ich geh jetzt mal auf Twitch. Und ich glaub einfach, dass dieses Konsumieren von CGB, von Mono Black Magic und von, äh, MTG Arena Original Decks, das ist alles auf YouTube passiert. Und ich bin auch halt mit YouTube irgendwie gewachsen, aufgewachsen, so, also, ähm, ich sag jetzt nicht, dass ich, ich war null Jahre, als YouTube kam und wir sind zusammen groß geworden, aber ich hab YouTube halt voll mitbekommen, in seiner vollen Pracht halt so. Ähm, ich hab gestern noch mal ein Video gefunden, das halt einfach, irgendwie seit 16 Jahren oder so auf YouTube ist, wo ich denk, krass, das war so eine der ersten Sachen, die ich damals auf YouTube geguckt hab halt einfach, ähm, von irgendeinem japanischen Gitarristen, der extrem abgeht und hab dann einfach gedacht, krass, das ist, ich hab so viel YouTube in meinem Leben halt einfach geguckt und darüber Musik gehört und Videos geguckt und irgendwelche Zusammenschnitte und deswegen, ich glaub, YouTube war für mich einfach auch so ein Wohlfühl-Plattform. Also, ich hab mich dort einfach wohlgefühlt und ich hatte das Gefühl, ich versteh die Plattform auch. Twitch hab ich zum Beispiel einfach gar nicht verstanden, das hätt mir, da hätt ich erst mal ein Jahr, zwei Twitch gucken müssen, ähm, um das irgendwie nachvollziehen zu können, aber YouTube war irgendwie, das hat sich natürlicher für mich angefühlt halt einfach und deswegen, wenn ich streame, dann mach ich das auch eher für die Community tatsächlich, um mit der Community ein bisschen zu interagieren und einfach mal die Möglichkeit haben, auch zu quatschen und sich mit Leuten auszutauschen, die man aus den Kommentaren kennt und sowas, ähm, aber da nutze ich auch meinen Discord tatsächlich ziemlich viel. Also, ich bin mindestens ein- bis zweimal am Tag auch im Discord, antworte auch Leuten, wenn die Fragen haben und so, ähm, also, es gibt ja viele, die haben Discord von den großen YouTubern und die sind da einfach nie drin halt, die haben den einfach für die Community. Aber mir ist das auch extrem wichtig. Ich kenn auch Leute, die schreiben mir dann, Dude, ich guck dein Content jetzt seit zwei Jahren und ich weiß genau, wer das ist. Ich seh den Namen und ich weiß genau, krass, der guckt mein Content jetzt einfach seit zwei Jahren, fast jeden Tag so. Ist halt schon verrückt. Und, ich hab auch eine Zeit lang versucht, Fulltime zu streamen, noch zu den Videos zusätzlich. Also, ich hab dann morgens ein Video aufgenommen, äh, hab um neun angefangen, war dann um halb zwölf fertig, hab das geschnitten und um zwölf hab ich angefangen zu streamen so. Aber das war, das hört sich jetzt doof an, aber es war halt einfach, ähm, mein Stundenlohn ist dadurch halt extrem gesunken, weil ich halt einfach beim Streamen nix verdient hab. Also, es gab genug Leute, die gesagt haben, ich würd dich gern, äh, ich würd dich gern ein Sub dalassen und mein Amazon Prime Sub und was weiß ich was. Nur das Problem ist, dass meine Twitch-Community war so klein im Vergleich zu meiner YouTube-Community, dass es sich für mich nicht gelohnt hat, zu sagen, okay, ich streame dann nur auf Twitch, ähm, sondern ich hab dann immer auf beiden gestreamt halt. Und wenn du auf YouTube und auf Twitch streamst, darfst du nicht, ähm, affiliated sein auf Twitch. Das war's mir einfach nicht wert. Und das hab ich halt mal zwei, drei Monate durchgezogen. Und im Endeffekt musste ich dann halt einfach bei der Kosten-Nutzen-Rechnung sagen, erstens, es burnt mich aus halt einfach vom Arbeitsaufwand, weil ich dann wirklich von morgens neun bis abends um halb sieben nur am Content machen bin. Und das ist einfach, geht nicht, das schaff ich nicht. Und, ähm, ja, das hat sich halt einfach von Zeitfaktoren nicht gelohnt. Deswegen werd ich jetzt, ich fang jetzt demnächst noch mal ein bisschen zu streamen, aber das wird dann einmal die Woche sein, so freitags, nachmittags, bis das Video rauskommt. Ja. Ich glaub, das ist so ein Punkt, den ganz viele auch, ähm, ähm, ja, vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ja, wie burnt ihn aus? Der zockt Magic. So, weißt du was? Und, ähm, den ganzen Tag. Das ist schon so halt. Das ist, ähm, so Content-Produktion, das, und da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein, das ist halt echt aufwendig. Und das ist auch, ähm, wir haben ja auch die einen oder anderen Streams schon gemacht oder auch, ähm, durften dran teilnehmen, ähm, von, sag ich mal, ganz kleinen Sachen, wo wir selber irgendwie diesen Flashcast mal gemacht haben, bis hin zu großen Sachen, wo wir den CCCP organisiert haben. So, ähm, das ist echt Arbeit. Also, das strengt an, so die ganze Zeit on Air zu sein. Ähm, das, glaub ich, kann man erst nachvollziehen, wenn man's selber gemacht hat. Nicht nur das, was, glaub ich, auch häufig ein bisschen vergessen wird, ähm, und ich glaub, das muss man irgendwo ein Stück weit selber erlebt haben. Es ist irgendwo automatisch auch immer so ein gewisser subtiler Druck da, passenden Content zu finden und den immer wieder zu liefern. Also, immer wieder kreativ zu werden aufs Neue. Und, ähm, ich mein, da kann ich ja im ersten Moment jetzt potenziell erstmal nur für uns sprechen, aber auch wir mit unserer Podcast-Daseinsberechtigung, wir müssen ja auch schauen, dass das nicht irgendwann mal trocken läuft und wir vielleicht keine Themen mehr haben oder wir zum 37. Mal einen Artist, äh, als Gast haben und wollen ja auch irgendwie... Dass ich okay fände. Ja, aber irgendwann könnte das ja trocken werden. Nein, ich glaub, darauf will ich ein bisschen hinaus. Also, das eine bin ich bei dir, Daniel, dass man vielleicht gar nicht, ähm, sich im Klaren ist, was da für ein, für ein massiver Aufwand dahinter steckt, wenn man vor allem, und dafür, ähm, schätze ich zumindest jetzt mal deine Denke, mal ein, einen hohen Anspruch hat, weil ich bin ein ähnlicher Fan. Also, auch da ähneln wir zwar uns sehr, ich bin auch ein großer Fan von guter Qualität, von, ähm, einem guten Mikro, dass man hier einfach den Leuten, auch wenn sie jetzt irgendwie im Auto über die Autobahn heizen, dann nicht irgendwie ihn knistern oder irgendwie den, den Handy, äh, Sound im Hintergrund hören, dieses Ditt, Ditt, oder irgendwelche Hintergrundgeräusche oder so, das, das, das gehört halt ein bisschen dazu, weil das ja auch den Leuten ein gewisses, ähm, wie soll ich sagen, Wohlgefühl bietet bei dem, bei dem Genuss des Konsums, von dem, was sie jetzt hier gerade hören. Ähm, und da gehört einfach auch dazu, dass man das halt permanent liefert und das ist jetzt dann nicht so eine Sache, ja, der setzt sich vom PC und spielt, ja, okay, ähm, selbst Arena willst du ja auch im besten Fall ja glänzen, du willst dir mit Wissen glänzen, du willst dir zeigen, dass du, dass du die aktuelle Meta verstehst, dass du das Sideboarden verstehst, dass du die, die, die Decks, gegen die du spielst, dass du verstehst, auf was du da gerade triffst, weil du ja deinen Leuten und Zuschauern und Zuschauerinnen ja was bieten willst und das gehört dazu und das ist immer so eine Sache, die wird zu schnell vergessen, aber die kann sehr anstrengend sein und das darf man nicht ignorieren. Das ist vor allem, wenn man, ähm, eine Sache nur macht, also, ich gucke inzwischen auch mehr Streams, ich, äh, hab auch dann durch Twitch natürlich, guckt man sich auch an, wie machen andere Leute das, was passiert dort und so weiter, ähm, und wenn man sich jetzt einfach mal Variety-Streamer zum Beispiel anguckt, die spielen dann sieben Tage die Woche streamen, oder sagen wir, die streamen fünf Tage die Woche, einfach um mal jetzt ganz realistisch zu bleiben, die sehen das als ihr Job, die gehen von Dienstags bis Samstags, wird gestreamt, Sonntag und Montag ist dann frei, damit man einen Tag normal Wochenende hat und einen Tag, wo man dann zum Amt gehen kann und halt deutsch sein kann, ne, so, das ist dann halt das Wichtige, so. Ähm, aber die spielen halt jeden Tag was anderes, halt so, die spielen dann, dienstags spielen die dann, ähm, ähm, Europa Universalis, äh, mittwochs spielen sie dann, äh, Crusader Kings, dann spielen sie, äh, am nächsten Tag vielleicht dann mal Magic, dann spielen sie dann vielleicht irgendwie mal den Farming Simulator oder Busfahrer Simulator, was weiß ich, und das ist halt irgendwie, das gibt's bei Magic halt nicht so, wenn ich jetzt ja nur jemanden sehe wie Crokeys, der spielt jeden Tag Magic, dem gucken halt 2000 Leute dabei zu, und der spielt halt wirklich jeden Tag irgendwie ein anderes Deck und der zieht dann halt einfach den Tag nur das Deck durch, so, ähm, baut dann vielleicht noch dran rum und so weiter, macht vielleicht währenddessen auch noch sein YouTube-Video, was auch für mich ein wichtiger Punkt ist, auf den ich gleich noch mal zurückkommen möchte, ähm, wenn's um, wie ich mein Content tatsächlich vorgehe und so, ich glaub, das war auch ein Punkt auf der roten, der roten Fadenliste, ähm, das ist halt super auslaugend halt, also bei mir war's wirklich auch so, ich hab am Anfang Standard gespielt, ähm, aber ich hab irgendwann angefangen nur noch zu draften im Stream, weil's mir so langweilig geworden ist, äh, jeden Tag wirklich halt jetzt fünf Stunden lang Standard spielen zu müssen, halt so im Stream, und das ist halt auch was, das wollte ich auch einfach nicht, ich wollte nicht an einen Punkt kommen, wo ich sag, boah, ich hab grad gar keinen Bock zu spielen, so, das will ich einfach nicht, das ist zwar mein Job, und klar, ich sitz da nur und spiel Magic, und das muss ich mir manchmal auch vorhalten, Dude, dein Job ist Magic spielen, so, äh, und du musst noch nicht mal irgendwie GPs gewinnen, um damit jetzt irgendwie überleben zu können, sondern du kannst einfach jeden Tag spielen, und es gibt Leute, die kommen jeden Tag vorbei, um sich das reinzuziehen, so, aber grad beim Streamen halt, da hat man nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mach nach dem Spiel jetzt fünf Minuten Pause, ich ess jetzt mal kurz was dazwischen, ich geh jetzt mal kurz dem Hund raus und komm dann zurück und nehm dann weiter mein Video auf, das sind alles Sachen, die kann man im Stream nicht machen, man ist fünf Stunden lang auf der Bühne halt einfach, und das ist halt grad bei jemandem wie mir, der wirklich, ähm, ich nenn's mal High Energy Content macht, also das ist auch was, wo es Leute gibt, denen geht das nicht ab, so, die sagen das, warum schreiten die die ganze Zeit so rum, dann sag ich immer, ja, das ist meine Inside Voice, so, ähm, das ist halt einfach, das ist, das ist super anstrengend, so, weil ich bin dann halt auch im Stream, so, ich kann's dann nicht abschalten, das ist dann halt wirklich so, wenn die Leute, ich wohn halt direkt an der Straße, wenn die Leute vorbeilaufen, die hören mich halt so, da gibt's halt wirklich, das ist halt, da gibt's irgendwie, da gibt's für mich nichts anderes, ich könnte jetzt nicht halt im Stream anders sein, als in meinen Videos so, ich freu mich im Stream genauso wie in meinen Videos, ich reg mich genauso auf, ich bring genau die gleichen Sprüche, ich red natürlich auch dann und interagier mit dem Chat und so, aber ich hab halt, wie soll ich sagen, es ist halt nicht wirklich eine Rolle, aber es ist irgendwie so ein Lebensgefühl, MTG Malone zu sein halt so, ich kann das nicht genau beschreiben, es ist, das ist eine Seite an dir, sobald die Kamera, aber das ist ein schöner Satz, das ist wirklich ein sehr schöner Satz zu sagen, es ist ein Lebensgefühl, MTG Malone zu sein. Ja, das ist halt so bescheuert, das klingt, aber es ist halt wirklich so, also es ist halt, ich könnt so nicht mit meinen Freunden halt jetzt am Tisch sitzen und Magic spielen, das ist halt nicht so, da bin ich halt ich so, weißt du, das darf man auch nicht vergessen, ich will die Sponsoren nicht verlieren. Aber Quatsch, das ist halt wirklich so, das war auch so ein Anspruch an mich einfach, family friendly zu sein, aber trotzdem halt irgendwie entertaining, so to the max halt einfach zu sein. Und ich glaube, ich erinnere mich noch, wo der Punkt war, wo es bei mir Klick gemacht hat, war, als ich ein Hunde-Tribal-Deck gespielt habe, als Hunde noch vertreten waren in der Meta, als super French-Deck so, und ich halt irgendwie so ein paar Sachen gemacht habe, irgendwie mit aggressive und sowas, und da ging es dann irgendwie los, wo ich gemerkt habe, krass, es macht so viel Spaß einfach, und auch wenn ich hier alleine sitze, und ich rede einfach nur mit der Kamera die ganze Zeit, macht es mir halt trotzdem so viel Spaß, halt diese Art von Content zu machen, und ja, das werde ich auch weiter so durchziehen. Und das ist halt gerade beim Streamen extrem anstrengend so, also wenn ich anderen Streamern zugucke, die reden dann mal zwei Minuten nicht beim Zocken, das gab es bei mir nicht, das gab es nicht einmal, wenn ich mal drei Sekunden nicht geredet habe, dann war das schon viel, also wirklich halt, und ich glaube, da unterschätzen die Leute halt einfach, wie krass anstrengend das sein kann. Wenn man jetzt einfach mal guckt, so ein Radiosprecher, der redet auch den ganzen Tag, aber der hat dann zwischendurch mal Nachrichten von jemand anderem gesprochen, der hört Lieder, der hat Werbung und alles Mögliche, das hatte ich halt nicht. Ich hatte nur mich so, und die Community halt deswegen, ja, das war schon sehr anstrengend teilweise. Deswegen musste ich irgendwann mal Gang runterschalten und sagen, ja, ich mache jetzt erst mal nur noch Content, denn es lohnt sich sonst halt einfach nicht. Sowohl körperlich als auch geldtechnisch. Ist zwar doof, darüber so zu denken, aber es gehört halt leider auch dazu. Ist halt auch irgendwie mein Job. Und ich sage mal so, es hat sich halt einfach nicht gelohnt zu streamen, so für das, was bei rumkam. Und ja, deswegen würde ich es reduzieren auf so einen Community Day, wo ich einmal die Woche streame, und da habe ich auch super Bock drauf. Da bin ich auch die ganze Zeit am gucken, wann ich damit nochmal anfange. Ja, weil ansonsten arbeite ich halt einfach jeden Tag. Ich mache jeden Tag ein Video, sieben Tage die Woche. Das ist halt schon genug Arbeit. Ja, das, das würde mich dann auch, wir kommen gleich zu dem Punkt, weil jetzt kommen wir ja immer näher zum Thema, wie produzierst du Content, Aufwand, und haust du jeden Tag, also du hast ja jeden Tag ein Video raus, wirklich 365 Tage im Jahr. Aber eine Frage noch, bevor wir darüber gehen. Du hast dich dazu entschieden, Englisch, den ganzen Content zu produzieren. Warum? Erstens, also das ist auch für mich einer der wichtigsten Punkte, ich liebe Englisch einfach. Ich weiß nicht, was es ist an der englischen Sprache, ich liebe die einfach. Es ist einfach so, so eine coole Sprache, so wie ich irgendwie gerne zocke halt, rede ich einfach gerne Englisch. Und das hat irgendwie super früh auch schon angefangen, als ich die erste Band habe, weil mein Englisch war reudig, so wirklich halt, meine Aussprache war super schlecht, meine, mein Vokabular war wirklich nicht gut halt so, aber ich hatte trotzdem super Spaß, dran halt Lieder auf Englisch zu schreiben und auch auf Englisch zu singen halt so. Und das kommt, glaube ich, auch extrem viel von der Musik. Ich hatte nie viel an deutscher Musik halt so, ich habe auch deutsche Musik gehört und sowas. Aber dann musste es halt schon irgendwie sowas sein, wie zum Beispiel die Ärzte so. Also die Ärzte habe ich nicht immer gefeiert, aber wenn es dann halt saulustig war, war es halt saulustig so. Und das habe ich dann auch irgendwie gemocht. Aber ich habe ansonsten halt viel einfach Metallica und Slipknot und System of a Down gehört. Und irgendwie das war für mich, dieses Englische war irgendwie einfach in meinem Kopf drin und ich mochte das super gerne. Und als ich dann überlegt habe, mache ich Content auf Deutsch oder auf Englisch, habe ich einfach gesagt, ich glaube, ich will es auf Englisch machen, weil ich damit mehr Leute einfach erreichen kann potenziell. Ich meine, am Anfang war ja mein Plan, nicht zu sagen, so, ich gehe jetzt auf YouTube, das sollte auch niemand machen. Ich gehe jetzt auf YouTube und mache jetzt Gameplay und dann habe ich in drei Jahren, werde ich Millionär. Also das gibt es einfach nicht so. Dafür muss man schon der krasseste Mensch mit dem krassesten Glück und den krassesten Gameplays aller Zeiten sein, um sowas zu machen. Oder man zieht halt einen ganz anderen Plan halt durch, so wie Small End, der gesagt hat, ich mache jetzt nur, ich mache jetzt nur Weltrekorde, so einen nach dem anderen. Ich mache jetzt alle Pokémon innerhalb von zwei Stunden, ich spiele dieses Spiel Weltrekord, ich werde dort der beste Speedrunner aller Zeiten. Aber ansonsten habe ich nicht gedacht, ich werde jetzt halt davon Millionär halt auf YouTube zu werden. Aber trotzdem wollte ich halt so viele Leute wie möglich halt erreichen. Und ich habe mir halt deutsche YouTuber auch angeguckt und deutsche Content Creator in der Magic-Szene halt und habe gedacht, krass, okay, die haben halt zwar natürlich 20.000 Subs, aber die machen das halt genauso lange wie zum Beispiel CGB. Und CGB hat in der Zeit halt einfach das Fünffache gehabt. Das liegt halt einfach daran, dass er es halt auf Englisch macht. Gut, er ist halt natürlich Amerikaner, natürlich macht er es auf Englisch. Aber da habe ich auch gedacht, ja, warum nicht? Ich mache es einfach auf Englisch und gucke mal, was passiert. Das war tatsächlich das Beste, was ich hätte machen können, weil halt, ja, die meisten Leute tatsächlich sind international. Ich glaube nur, 30 Prozent sind aus dem deutschsprachigen Raum und der Rest ist halt komplett der Rest der Welt halt so. Also da sind Leute aus Brasilien, da sind Leute aus Thailand, da sind Leute aus Südafrika. Also ich habe wirklich, ich kann ja die Statistiken sehen und ich bin jedes Mal so krass, dass es dort überhaupt Magic gibt. Ganz wichtige Frage würde ich gerne noch anschließen, weil das klingt ja schon so ein bisschen durch. Gab es denn von dir irgendwie eine Art von Plan oder ein, oder lass mich so formulieren, vielleicht ist es kein Plan, aber irgendwo ein Wunsch Strichstrich-Hoffnung gepaart mit einem Interesse, eine gewisse Bühne zu füllen und der Hoffnung, dass du damit jemanden erreichst, ohne dass du ein konkretes Ziel schon benennen konntest. Wie gesagt, vielleicht war es eher so eine Hoffnung. Wie würdest du es beschreiben? Also wie muss ich mir da dein Mindset vorstellen, was es losgetreten hat und wo du vielleicht damit auch hin wolltest? Also ich denke, dadurch, dass ich von der Musik komme, war auf jeden Fall, wie gesagt, erst mal der Wunsch, diesen kreativen Output zu haben, der mir halt durch Corona einfach komplett flöten gegangen ist. Also ich glaube, wir haben in der Corona-Zeit zwei Konzerte gespielt, bis vor einem anderthalben Jahr oder so. Und das war mir halt einfach nicht genug. Also ich hatte schon auf jeden Fall einen Wunsch, auf einer gewissen Bühne zu stehen. Und ich hatte aber nie halt gedacht, dass es so krass wird. Also es war am Anfang wirklich ein Hobby-Ding, wo ich auch wirklich gesagt habe, ich will einfach was Konsistentes, ich will einfach jeden Tag was machen so. Und dann habe ich halt damit angefangen. Und als dann so nach dem, ich glaube, ich habe innerhalb von zwei oder drei Monaten den Kanal schon monetarisieren können, wo ich dann halt auch sagen konnte, durch die Werbung verdiene ich jetzt halt Geld. Und ich glaube halt, dass der Punkt, wo ich das erste Mal über 500 Euro auf dem Kanal verdient habe, war auch der Punkt, wo ich gedacht habe, krass, das hätte ich nicht erwartet. Also das ist wirklich, das ist gerade ein bisschen mehr als nur ein Hobby. Aber ich habe eigentlich nicht viel anders gemacht als am Anfang. Ich habe immer noch mein Ding durchgezogen. Ich habe immer versucht, natürlich Sachen zu verbessern, Sound immer noch zu verbessern, aber die Qualität, die Thumbnails anders zu machen. Ich habe auch seit heute zum Beispiel ein neues Thumbnail, also wenn die Leute es hören, ist es jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, einfach mal rum experimentieren mit Sachen. Aber wirklich halt so einen Plan, außer halt Sau Bock drauf zu haben, das zu machen, hatte ich halt tatsächlich nicht. Ich hatte einfach mega Bock drauf. Ich wollte einfach irgendwie YouTube-Content machen. aber ich habe nie gedacht, so ich werde jetzt in einem Jahr der nächste YouTube-Star. Das dachte ich einfach gar nicht, dass das passiert. Also hat es sich dann als glückliche Fügung eigentlich mehr oder weniger ergeben und ist dann natürlich in der Perfektion für dich aufgegangen, weil es ja deinen Nerv doppelt und dreifach getroffen hat, weil du total happy warst, du hattest die Bühne, du hattest Resonanz, du hattest ein Hobby, auf das du total Bock hattest und hast dann gemerkt, oh, da geht ja doch noch mehr, was ja nicht absehbar war. Ich meine, auch wir beide haben ja dazu auch durchaus mal ein Gespräch auch in Frankfurt auch so ein bisschen geführt und ich glaube, das ist eins, was man natürlich in der deutschen Content-Creator-Szene immer wieder führt und auch bei uns jetzt auch bestimmt als ein oder andere Mal schon mal auch im Podcast thematisiert wurde. Wir haben halt leider nicht die Reach wie in anderen Bereichen wie bei YouTube und Twitter oder bei, nicht Twitter, sorry, Twitch, wo man sagt, naja, da hocke ich mich halt gerade vor den Rechner, brabbel irgendeinen Blödsinn ins Bild und habe meine 60.000 Leute, die mir zuschauen und mir halt währenddessen gerade irgendwie 50, 60 Subs und mir gerade damit die nächste Woche mein, keine Ahnung, mein Essenskonto füllen. Das ist halt eine ganz andere Dimension und deswegen ist es umso spannender auch mal von einer Person wie dir oder vielleicht von einer Größe wie Kai Solaris, die wir ja im Vergleich schon auch als deutlich größer wahrnehmen, da da mal so eine Resonanz zu hören, dass du sagst, hey, und irgendwann gab es mal einen Punkt, das ist ja für uns, das ist ja genau das, was so ein Magic-Content-Creator für doch fast schon eher unmöglich hält, leider Gottes in Deutschland, zumindest als deutscher Content-Creator, zu sagen, oh, da kommt mal wirklich was bei rum. Das ist ja der Punkt. Also ich meine, wir haben bis heute nicht unsere tausend Abonnenten, das ist übrigens der Punkt für jeden, der noch nicht abonniert hat, jetzt mal auf den Button zu klicken, bitte. Nein, aber das ist ja der Punkt, wo wir auch sagen, also wir machen es einfach just for fun und wir haben nicht das ultimative Ziel. Man freut sich über jeden Kommentar, man freut sich über jede Person, dessen Leben man ein bisschen damit bereichert, aber wenn natürlich bei dir das so übergeht, ist es natürlich schön. Also das kann ich durchaus nachvollziehen und es ist ja schön, wenn es eine zum anderen kommt. Deswegen hat mich jetzt so ein bisschen interessiert, wie war denn dein Vorgehen, aber hat sich ja glücklich ergeben, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich so, als das erste Mal nach einem Monat oder sowas jemand kam und gesagt hat, Dude, hast du Paypal? Ich würde dir gerne 50 Euro schicken. Wow. Ich habe gesagt, was zur Hölle so, weißt du? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe Paypal, aber denk mal bitte bis morgen nochmal drüber nach und dann reden wir nochmal so. Dann habe ich mir direkt eine neue Kamera halt gekauft. Da habe ich selbst noch ein bisschen was draufgelegt und mir dann halt die Logitech Streamcam geholt und gedacht, ja, super, jetzt kann ich direkt upgraden und so. Der Typ guckt immer noch meinen Content halt so und das war halt wirklich nach zwei Monaten so und der hat heute auch nochmal im Discord geschrieben, wo ich gedacht habe, krass, das war einfach so der erste Mensch, der irgendwie mich unterstützen wollte bei dem, was ich mache. Und, ähm, also ich denke halt wirklich, es ist, ich mache mir, ich habe mir an einem gewissen Punkt mehr Gedanken gemacht als vorher. Also am Anfang war es wirklich, ich will gute Qualität. So das war einfach mein einziger Anspruch. Ich will gute Qualität haben, ich will, dass es sich gut anhört, ich will, dass es gut aussieht und ich will, dass das Bild nicht ruckelt und dass halt die Decks auch cool gespielt sind und ich halt keinen Blödsinn mache. Es passiert auch oft, dass ich einfach ein Deck schrotte und sage, das war jetzt einfach scheiße, ich will das Deck nicht benutzen. So das hat nicht funktioniert halt. Und, ähm, ja, irgendwann hatte ich halt ganz andere Ansprüche und Ideen halt einfach und wollte halt irgendwie auch andere Sachen ausprobieren und irgendwie mich so voranbewegen halt als Content Creator. und das kam halt irgendwie so alles nach und nach, wo ich halt gedacht habe, krass, irgendwie es gefällt so vielen Leuten, was ich mache. Ähm, vielleicht kann ich noch mehr machen halt. Dann habe ich angefangen, Tokens zum Beispiel zu machen, die ich dann auch bei irgendwelchen Events dann halt verteilt habe. Dann habe ich gedacht, ich will auch mal mehr in die Community reinkommen und habe dann mich mit, ah, ich sehe, ich sehe den besten Treasure-Token, der je gemacht wurde. Du musst ja leider zwischendrin die Kamera wechseln, deswegen ist es nicht mehr eins, sonst die Kameraperspektive, aber Ehrenplatz hier auf dem Nackt und Rosa Schreien. Da ist er ein Groß, ja, genau. Aber du siehst, er hat seinen Ehrenplatz hier und ist neben den ganzen anderen Content Creator Kollegen durchaus bei uns mit da oben. Wie gesagt, Kamera musste ich wechseln, weil mir die andere jetzt ausgefallen ist. Das freut mich. Dafür bin ich auch gerne, also das war wirklich auch so krass, dieser Punkt einfach zu sehen, dass halt einfach auch Leute auf mich zukommen und sagen, guck das jeden Tag, was du machst. Und, oder dass, als ich zum Beispiel in Frankfurt war, dass dann Leute kommen und sagen, sie hätten gerne ein Autogramm von mir und sowas halt, wo ich mir denke, ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin einfach nur irgendein Dude auf YouTube so, der halt spielt, aber dann guck ich halt mal und das ist halt auch was, das vergisst man so schnell als Content Creator, wenn man jetzt nicht gerade zum Beispiel 100.000 Subs hat. Aber ich bin ja eigentlich noch, was YouTube angeht, recht klein so. Ich bin jetzt nicht winzig, aber ich bin recht klein halt so. Ich hab keinen, ich hab nicht mal die 20.000 voll, ich hab nicht mal die 50.000, es gibt Leute, die fangen bei 100 an. Der Professor hat fast eine Million Subs auf YouTube so. Das ist halt einfach eine ganz andere Liga. Ja, aber er ist der einzige Welt. Ich meine, es ist noch mal eine ganz andere Liga halt so. Ich will damit nur sagen, es ist halt einfach, und dann muss man manchmal sich auch vor Augen halten, es gibt einfach Leute, die gucken das jeden Tag, die wollen das sehen und wenn du mal einen Tag nicht da bist, dann ist das für die halt ... Dann fehlt ihnen was. Ja, dann fehlt ihnen einfach was. Ich hab mal fünf Wochen Pause gemacht, weil ich nach Kanada und dann auch nach Vegas bin und das war dann so der erste Urlaub auch seit ein paar Jahren und da hab ich einfach gesagt, so, ich bin jetzt mal fünf Wochen weg, wo ich kein Content mache. Die Leute haben mir einfach Nachrichten geschrieben, ich hab auf Reddit, ich guck alle paar Monate einfach mal MTG Malone Reddit, einfach nur, weil ich gucken will, ob irgendjemand sagt, dass ich ein Arschloch bin. Ich will's einfach mal wissen, so, ne? Und da waren dann halt wirklich Leute, die haben gesagt, wo ist er denn so? Ich hab seit Wochen keinen Content von dem gesehen, weiß jemand was und so. Und da war ich richtig so, krass, dass richtig Leute investigieren, wo ich bin halt so, das find ich halt schon irgendwie verrückt. Und das muss man sich dann auch oft vor Augen halten, weil es gibt einfach Tage, wo man sich abfuckt. Es gibt einfach Tage, wo es grad nicht läuft und wo die zwei Decks, die man baut, einfach nicht funktionieren und man denkt, oh, was mach ich denn jetzt schon so und so spät? Ich hab jetzt noch so und so viele Stunden Zeit, um ein Video fertig zu machen heute, so. Da muss ich dann auch immer einfach mal tief einatmen und mir sagen, Dude, dein Job ist, Magic zu spielen, so. Du kannst dich super glücklich schätzen. Es gibt Leute, die arbeiten irgendwo, wo es denen gar nicht gefällt, einfach nur um ihre Familie zu ernähren und so. Und ich mein, ich bin gesegnet, mein Freund hat auch einen super guten Job und so was, aber mein Teil, der kommt nur davon halt so. Alles andere ist halt so inzwischen, zwischen, ein ganz kleiner Teil nur meines Einkommens. Also ich mein, ich hab so einen sechs Tage im Monat Job halt noch nebenbei so, den ich auch immer noch mache, weil man muss ja irgendwie seine Krankenversicherung bezahlen und so was. aber im Endeffekt ist halt inzwischen Magic halt mein Hauptjob und ich mein, ich lebe jetzt nicht irgendwie Saus und Braus, aber es ist genug, als dass ich, wenn ich das ganze Jahr spare, ich mir dann halt Pegas mal leisten kann. Und das finde ich halt schon sehr nice halt so. Das muss man schon auch einfach auch mal vor Augen halten. Ehrt dich sehr, dass du da so bodenständig bist oder auch so selbstreflektierend bist, zu sagen, ich kann das irgendwie einordnen und ich bin da gar nicht überheblich und bin dankbar dafür und kann das auch irgendwie immer für mich auch wieder auch als, wie soll ich sagen, als Energie rausziehen, zu sagen, ich mache da was für Leute, die mich einfach gerne sehen wollen und ich kann mich glücklich schätzen. Also freut mich sehr, dass du das so siehst, weil ich finde, erst dann wird alles, was man damit verbindet, einfach auch noch wertvoller. Also dann hat es die Sphäre erreicht, die dem Ganzen, glaube ich, die Qualität auch irgendwo verpasst. Die ist, glaube ich, so auch vermittelt an die Leute, die es dann auch einfach genießen und wertschätzen. Also deswegen, ja, mich erreichst du auf jeden Fall mit dieser Unständigkeit. Das mag ich gern. Ja. Also für mich war es wirklich, als ich in Frankfurt angekommen bin und ich habe zum Beispiel die rumkommandiert, die Jungs das erste Mal gesehen, da war ich halt erst mal so starstruck, weil ich halt in ihren Videos so gefeiert habe und zwar für mich halt so, krass, das sind einfach die Jungs von da rumkommandiert, als ich ein Solaris das erste Mal kennengelernt habe, so und der dann mit mir normal geredet hat, da war ich richtig so, krass, wieso reden die normal mit mir, so auch als ich dann in Vegas war und dann einfach Leute kamen und gesagt haben, du, du bist doch MTG Malone und so und ich habe gedacht, du, Alter, du bist doch der und der, so weißt du, das ist jetzt eine Riesenliste, Veggie Wagon zum Beispiel oder der eine Dude von von den Nitpicking Nerds, so weißt du, da denkt man sich halt, krass, weißt du, das ist für mich ist das halt so, das sind für mich halt so wichtige, große Leute und ich sehe mich halt irgendwie immer noch so als, als mich, weil ich sitze zu Hause den ganzen Tag, ich sehe die Leute nicht vor mir, ich sehe keine 5000 Leute am Tag, so die meine Videos gucken, ich sehe einfach nur meine Kamera und Zahlen auf einem Bildschirm und das ist auch so eine Sache, die Visualisierung davon ist halt extrem wichtig, auch für das Wohlbefinden halt, ja. Kann ich total nachvollziehen und wir haben ja auch damals, als wir einen Podcast gestartet haben, gesagt, ey, selbst wenn es 30 Dudes gibt, die uns den Kram zuhören, musst du dir mal vorstellen, da sitzen halt 30 Menschen in einem Raum und hören dir halt einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden mal zu, einfach wie du redest und finden es irgendwie cool und interessant und auch als wir dann die ersten Videos für 1000 oder als wir das für 2000 Views hatten, so, das ist absurd, wenn man sich mal vorstellt, das ist halt mal so eine kleine, eine kleine Stadthalle, die halt einfach mal voll ist, die dir einfach mal komplett zwei Stunden zugehört hat und ich glaube, das ist eigentlich auch egal, ob, ob du ein ganz Kleiner bist, der das für seine 30, 40 macht, ob du das für 5000 machst oder für meinetwegen 120, 150.000 machst, so, ähm, ich glaube, jeder, der dann treu von den Zuhörern schreibt, hey, ich finde es cool, was du machst und ich habe das auch auf Twitter gesehen, wie du es geteilt hast, dass auch, wenn Leute schreiben, hey, mir hat das super geholfen, über eine schwere Zeit rüber zu kommen ähm, und so weiter, das ist, ähm, da kriegt man ja, kriegt man Gänsehaut, dass man mit so einer Leidenschaft, ähm, so viel auch, ja, Freude mit verbreiten kann und, ähm, ja, und auch das natürlich, ähm, um dann auch wieder einen Bogen zu spannen, weil wir haben ja schon unsere Zeit mittlerweile ganz gut gefüllt, ähm, und wir sind eigentlich noch gar nicht so richtig beim eigentlichen Thema gewesen, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich, wo wir noch Zeit, ne, so, ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen hinleiten, ähm, fangen wir erstmal an, so generell, äh, was Thema YouTube-Content nochmal angeht, in die Produktion, Aufwände, etc., weil jetzt viele, die uns jetzt zugehört haben, werden sich denken, geil, mach ich auch, das ist, der lebt den Traum, mit Menschen Geld verdienen, Hammer, und, ähm, die wollen jetzt gerne wissen natürlich, wie werde ich denn erfolgreich auf YouTube, und, ähm, was sind so die Kernelemente, keine Ahnung, okay, ähm, ich hab keine Ahnung, ähm, was, was, also, wie, wie gehst du im Persönlichen vor, dass du sagst, okay, ich mach jetzt, du machst jeden Tag ein Video, wie gehst du vor, was, wie entscheidest du, welche Videos du machst, welche Decks du spielst, wie viel Aufwand steckt dahinter, ähm, und was ist so dein, in deinen Augen, deine, deine Formel zu, zum Erfolg, dass Leute, das vielleicht reproduzieren können, oder vielleicht auch davon leben können? Also ich sag mal so, es gibt keine eindeutige Formel des Erfolgs, ähm, es gibt immer noch Leute, wo ich denk, krass, warum, ich mach genau das Gleiche wie er oder sie, warum gucken der Person mehr Leute zu, als mir zum Beispiel, also das gibt's immer halt, ähm, ich denk, was bei mir halt wirklich das Ding war, ist, dass ich in dieser Nische für Magic Content, trotzdem noch eine Nische irgendwie gefunden hab, die mich einzigartig gemacht hat, und zwar, dass ich sauviel rumschreie halt einfach, ähm, dass ich halt einfach laut bin, und versuche halt auch entertaining zu sein, dass ich irgendwie diesen 90er Jahre Wrestling Factor immer mehr auch reingebracht hab, zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten so, ähm, das sind halt einfach Sachen, die sind extrem wichtig, dass man, und ich glaub, dass das, was mein Content besonders hervorgehoben hat, halt auch im Vergleich zu vielen anderen, war einfach die Konsistenz. Ähm, ich hab wirklich halt jeden Tag ein Video gemacht. Das reißt raus, ist so. Und das ist halt einfach was, das schnappt die Leute halt einfach. Wenn man jeden Tag auf Twitch ist, dann wird das irgendwann einfach automatisch mehr so. Das ist einfach so, weil einen immer mehr Leute entdecken. Es gehen dann zwar auch welche, aber es kommen dann immer neue Leute dazu, und irgendwann macht man halt irgendwie mal was Krasses so. Und es gab bei mir jetzt, ähm, nicht so viele krasse Videos, also ich hab schon ein paar Videos, die auch 20.000 irgendwas Views haben, wo ich auch wirklich dankbar für bin, wo ich sag, krass, das ist super, super gut. Ähm, es gibt dann halt Leute wie Sonjo zum Beispiel, der hat davon halt einfach das Zehnfache an Videos so. Dem seine Videos haben einfach extrem viele Views, und der redet kein Wort. Der spricht nicht ein Wort, der hat keine Kamera, der hat einfach nur Gameplay. Der zeigt einmal das Deck, das dauert zehn Sekunden maximal, wo einfach nur ein Standbild von dem Deck ist, und dann geht's ins erste Game, und dann ist das Video vorbei so. Und dann ist einfach nur 40 Minuten lang, einfach wie jemand spielt, und nicht ein Wort redet. und der hat tausend Subs mehr als ich, ein bisschen mehr, und dem seine Videos sind einfach, werden fast doppelt so viel geklickt wie eine. Und da sag ich mir, es ist ... What the hell? Warum? Genau. Also nicht im Sinne von, ich bin natürlich neidisch so, ne, ich geb's ganz ehrlich zu. Ich bin Neidhammel so, wenn jemand was hat, und er hat ein gutes Stück Fleisch, dann will ich das auch so. Und das ist halt wirklich so, ich frag mich so, was macht der denn anders so, ne, was macht der jetzt zum Beispiel so viel besser? Und Nummer eins, er hat super ansprechende Thumbnails, und die Leute können mir erzählen, was sie wollen. Thumbnails sind nicht so wichtig, wenn man einen kennt, dann guckt man und sowas. Ich hab auch viele Thumbnail-Formeln probiert, ich hab versucht, mein Gesicht reinzumachen, das hat mir dann nicht so gefallen, weil dann war mein Gesicht immer so in der Ecke, und das Bild irgendwie so leicht an der Seite, und es war nicht so im Fokus halt. Ich hatte ganz andere Thumbnails, wo man die Schrift kaum lesen konnte, ich hab Farben verändert, ich hab mein Logo reingemacht, mein Logo rausgemacht, ich hab einfach viel rum experimentiert. Jetzt hab ich einen ganz neuen Thumbnail-Style, der irgendwie mehr modern YouTube halt ist, und will damit mal ein bisschen rum experimentieren. Und das sind halt Sachen, da gibt's keine richtige Formel. Es gibt halt einfach Leute, die, um noch mal auf Pokémon zurückzukommen, die machen genau das Gleiche. Die machen einfach eine, ich spiel das ganze Spiel nur mit einem Pokémon durch-Challenge, die spielen dann nur mit einem Glumander durch, und das machen drei Leute, und einem gucken halt 500.000 Leute zu, und den anderen beiden nur 500, und keiner kann dir sagen, warum. Also es ist halt einfach, es kommt irgendwie so viele Faktoren, die man gar nicht selbst beeinflussen kann, kommen da einfach dazu halt. Aber ja, man sollte auf jeden Fall, wenn man sagt, man will das als Job machen, YouTube irgendwie, dann sollte man nicht Magic spielen. Sage ich ganz ehrlich. Das ist, ich kenne so viele Leute, das ist auch meine ich gar nicht irgendwie, weil das mein Markt ist, und ich will, dass die Leute sich von meinem Markt fernhalten oder sowas, gar nicht, im Gegenteil so. Wenn's viele Leute gibt, dann zieht das mehr Leute auch in die anderen Kanäle rein, weil jemand, der einen Kanal guckt, guckt zwei oder drei Kanäle, der guckt nicht nur einen Kanal am Tag. Ich hab letztens auch mit MTG, mit Patrick nochmal gesprochen, wir telefonieren ab und zu, und der hat auch gesagt, ja, ich seh jetzt zum Beispiel den einen Kanal, die machen fast genau das Gleiche wie ich, aber die sind jetzt irgendwie halt krass gewachsen. Die haben jetzt innerhalb von einem halben Jahr schon tausend Subs, das hat bei mir ein Jahr gedauert. Und dann sag ich mir, ja, aber auch nur, weil du halt diesen Markt auch irgendwie schon kreiert hast und halt Leute wegen dir noch mehr solchen Content konsumieren wollen. Deswegen sag ich schon mal, es ist immer gut, wenn es immer noch neue YouTuber gibt und immer irgendwie auch mal was Frisches und sowas, aber ich sag mal, das Magic ist so nischenhaft und vor allem halt Standard und es gibt so viele Formate, dass es verdammt schwer ist halt zu sagen, okay, ich mach jetzt mit Magic Content und werd davon auf jeden Fall leben können. Ich hab Leute gesehen, die haben's versucht, die haben genau das Gleiche gemacht wie ich und die sind halt, die haben vor mir angefangen und haben aufgehört zwei Monate später, nachdem ich angefangen hab. Also ich bin wirklich halt an Leuten vorbeigezogen so. Es hat sich nie wirklich so angefühlt wie, ja, ich hab den jetzt besiegt, sondern es war immer so, krass, warum hört der jetzt auf? Weißt du, es ist doch bei dem genauso gut gelaufen wie bei mir. Aber da kommen halt Sachen dazu, wie die haben keinen Bock, das jeden Tag zu machen. Die haben keinen Bock, morgens aufzustehen und das Erste, was sie machen, ist erstmal ein Deck zu bauen und das aufzunehmen. Weil das ist das, was ich mache halt. Ich steh morgens auf, vielleicht geh ich noch mit dem Hund raus, und meine Freundin keine Zeit hat, aber ansonsten ist das Erste, was ich mache, ich setz mich hin mit einem Kaffee, baue ein Deck und fang an aufzunehmen. Manchmal sitze ich da zwei Stunden, manchmal sitze ich da sechs Stunden so und das ist halt, darauf habe ich auch keinen Einfluss halt. Alles, was ich weiß, ist, dass ich spätestens um fünf Uhr fertig sein muss mit allem, damit das Video um halb sechs gerendert werden kann, damit es bis um halb sieben hochgeladen ist mit Thumbnail. Aber ich sitze da halt wirklich jeden einzelnen Tag und wenn ich Freizeit haben will, dann muss ich zwei bis drei Videos an einem Tag machen, damit ich mal einen Tag frei haben kann. Weil die Leute, wenn ich einen Tag weg bin, dann sind die Leute schon am nächsten Tag wieder so, da bist du ja endlich wieder. Das ist halt einfach, das ist halt krass so. Ich habe dich vermisst und ich denke mir so, du, ich war einen Tag weg, einen Tag so, das passiert halt manchmal, manchmal kann ich halt einfach nicht. Dann muss ich zum Arzt oder sonst irgendwas und kann halt kein Video machen und es ist irgendwas passiert, das Internet ist weg, was weiß ich, es kann alles passieren, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber es ist ein wirklich der, ich mache das jeden Tag halt so. Ich stehe wirklich morgens auf und ich zocke, nehme das auf, schneide das, lade das hoch, mache ein Thumbnail, freue mich oder reg mich auf, wenn das Video nicht geguckt wird und dann, ja, gehe ich schlafen und mache das gleiche nochmal. Ganz kurz. Das mache ich halt wirklich jeden Tag. Ich würde ganz kurz, eine Ergänzung kurz aussprechen wollen. Ich verstehe deine Aussage und deine, ich nenne es jetzt mal tatsächlich eher liebevoll, deine Warnung. Ich würde aber zumindest eine Empfehlung aussprechen wollen, nicht im Sinne von, nicht probiert es nicht, sondern im Sinne von, fangt bewusst langsam und ich sage jetzt mal eher passiv an, ähnlich wie du es ja gemacht hast, um herauszufinden, was denn da eigentlich passiert. Also sofort den Switch, also das gilt ja für alles. Also selbst wenn jetzt heute jemand meint, er muss der nächste FIFA-Twitch-Streamer werden, geht nicht her, zieht den Stecker irgendwie auf der Seite des, keine Ahnung, Studiums oder der Arbeit oder so und denkt einfach, okay, ich werde mich jetzt einfach heute die nächsten fünf Wochen stumpf hinsetzen, dann kann es ja nur funktionieren. Nein, das kann auch genauso gut heftig in die Hose gehen. Probiert es doch einfach aus und dann merkt ihr schon mit der Zeit, erstens, wie viel Aufwand ist es, fühlt es sich nach Druck an, bin ich kreativ genug, werde ich irgendwie wahrgenommen und dann kann man ja immer noch überlegen, die nächste Schippe draufzupacken. Das kann man immer ausprobieren. Also ich glaube, dazu wollen wir jeden ermutigen, der einfach mal Lust hat, vielleicht sich einfach auszuprobieren und ich denke, in einer gewissen Form wird es, wenn es, Leute anspricht, wird es immer irgendwie wahrgenommen. Irgendwie geht es immer, ihr solltet euch halt nur vorsichtig an den Punkt herantasten. Also ich glaube, die Empfehlung würde ich ganz gerne noch ausdrücken. Das ist auch genau das, was ich halt damit meinte. Also ich sage nicht, mach kein Content und ich sage nicht, mach kein, das ist auch das, was ich vor einer Stunde oder so gesagt habe, mach kein Content mit dem Ziel, ich werde jetzt das nächste große Ding halt einfach. Das kann man machen, aber dann muss man ganz gezielt und ganz abgeklärt an die Sache rangehen. Ich bin zum Beispiel einfach super naiv rein und habe gedacht, ich mache jetzt einfach schon Bock drauf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich gehe mal noch mal kurz in die Musik zurück zum Beispiel, nehmen wir mal Slipknot. Ist vielleicht nicht jedem sein Cup of Tea so, das ist nicht unbedingt die Musik, die jeder hört, aber Slipknot sind hingegangen, die haben Musik gemacht, die kaum jemand macht, die haben Leute aus der Band rausgeworfen, direkt am Anfang, die gesagt haben, ja, ich habe keinen Bock, jeden Tag zu proben. Die haben sich dann hingesetzt und drei Monate lang hat jeder von denen jeden Tag gearbeitet, bis sie 15.000 Dollar zusammen hatten und sind dann in ein Turnstudio gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt sofort was Professionelles aufnehmen. Und haben einfach ihr ganzes Geld investiert, was sie hatten und alles auf ein Pferd gesetzt und gesagt, wir werden das nächste große Ding. Die sind bei Interviews eingebrochen, haben sich dort reingeschmuggelt, die haben sich mit Leuten angelegt, die hatten Beef mit Limp Bizkit, alles halt, die haben alles gemacht, um wahrgenommen zu werden. Und ich sage, das gibt es auch, das kann man auch machen, man kann auch hingehen auf YouTube und ganz gezielt einfach sagen, mir ist das wirklich egal, was die Leute von mir denken, ich will einfach nur mein Ding durchziehen. Ich will einfach nur mit YouTube Geld verdienen. Das geht, das geht auf jeden Fall, aber da muss man direkt halt mit einem ganz anderen Denken rangehen und wenn man halt was macht, was man aus Liebe und aus dem Hobby macht, ist es halt nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt sagt, ich will jetzt auf jeden Fall, dass YouTube mein Job wird. Da gebe ich dir halt auf jeden Fall recht. War aber halt auch ein bisschen Dannis Frage so gewesen, wie kann man hingehen und sagen, ich mache jetzt aus YouTube meinen Job und da sage ich halt, das kann man nur nebenbei versuchen aufzubauen mit was, was man liebt, wie Magic jetzt zum Beispiel bei mir oder man sagt halt, mir ist das wirklich egal, was die Leute von mir denken, ich mache jetzt MrBeast Content oder sowas halt. Das ist halt, dann gucken das die Leute auch. Wenn man genau weiß, was halt die Leute sehen wollen, dann macht man eine Dramashow, dann geht man hin und investiert sein ganzes Denken einfach nur da rein, wie catch ich die Leute. Und egal, ob sie es gut finden oder schlecht, solange sie es gucken und ich meine 50.000 Klicks innerhalb von zwei Stunden zusammenbekomme, ist mir der Rest egal. Aber dann verbiegst du dich. Das ist nicht mehr authentisch wie du zum Beispiel. Das ist halt das Ding. Genau. Und das ist halt das Ding, was ich meine. Es gibt halt diese zwei Mindsets. Entweder das ist mein Job und ich will sofort, dass das mein Job wird oder es ist halt, ich liebe das und mache halt das, was ich mache. Und in der Musik ist das halt wie gesagt genauso. Muss man halt auch einfach überlegen und ich denke, das ist ein ziemlich guter Vergleich oder mit einem Restaurant oder so. Gehe ich jetzt hin und kaufe ein McDonalds-Franchise oder lebe ich meine Passion und mache einen kleinen Laden auf, in dem ich nur Iberico-Schwein verkaufe und solche Sachen halt, aber halt mache in zwei Jahren wieder zu, weil keiner sich in den Laden traut, weil er ihn nicht kennt. Als McDonalds-Franchiser wirst du halt einfach Millionär. Das ist halt einfach so und das ist halt das Ding. Ist deine Liebe zum Geld oder ist deine Liebe zu dem Projekt, was du halt machen willst? Und bei mir war es halt das Projekt und sonst würde ich kein Magic-Content machen. Vielleicht Pokémon YouTube. Macht total Sinn. Vielleicht nochmal auf das Thema des ganzen Workloads und des ganzen Doings einzugehen. Also um da wirklich nochmal das Bild konkret zu zeichnen. Ich meine, wir dürfen ja eins nicht vergessen und das ist auch gar nicht respektiert. Ich meine, vielleicht kennt dich ja auch gar nicht jeder und weiß wirklich genau, was tust du denn wirklich? Ich gehe gar nicht davon aus. Was tust du denn wirklich tagtäglich? Also du hast es ja gerade schon angedeutet, um es wirklich nochmal kurz ein bisschen zu zerlegen. Du sagst, du machst jeden Tag in der Früh den Rechner an, startest MTG Arena und baust dir erstmal ein völlig self-broot Deck und wirst das dann den ganzen Tag, also in dem Moment, was du halt aufzeichnest, in diesem aufgezeichneten Content spielen und ausprobieren. Also wirklich jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue. Okay. Also wie gesagt, wenn ich einen Tag frei haben will, muss ich am Tag vorher zwei Decks gebaut haben und die aufgenommen haben, was auch möglich ist manchmal, aber ich kann nicht davon ausgehen halt. Aber du spielst keine Woche lang das gleiche Deck, sondern wirklich jeden Tag ein neues Deck? Ich spiele jeden Tag ein neues, genau, ja. Also bei mir sieht wirklich der Tag so aus, ich stehe auf, ich trinke einen Kaffee, vielleicht erstmal, bevor ich mich an den Computer setze, dann setze ich mich an den Computer, dann mache ich vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Ich gucke mal kurz in ein Studio rein, das Ding ist in YouTube Studios, wo meine Statistiken auch aufgenommen sind, wo ich sehen kann, wie viele Leute haben jetzt halt reingeguckt, was habe ich verdient, weißt du, da habe ich jetzt fünf Euro mehr verdient als gestern, was weiß ich so, ne. Gucke ich halt rein, dann gucke ich mal vielleicht noch kurz, was hat der und der Kanal gestern gemacht. Manchmal bin ich auch faul und lasse mir halt wirklich mal eine Stunde Zeit so, wo ich einfach gar nichts mache. Aber im Endeffekt stehe ich auf, kann auch manchmal einfach zehn, elf Uhr sein, weil ich halt einfach fucking langschläfer bin, ich kann es nicht lassen so. Ich stelle mir dann auch einen Wecker auf acht und dann habe ich den Wecker einfach nicht gehört und werde um zehn dann panisch wach. Und dann setze ich mich halt an den Computer, baue das Deck, probiere das dann ein paar Spiele aus, so dass ich sage, okay, ja, die Karte muss ich auf jeden Fall rausholen. Das ist zu langsam. Ich meine, man kriegt auch immer mehr ein Gespür dafür, vor allem je länger die Meter geht, weiß man auch, okay, die Karte kann ich nur zweimal reinmachen anstatt viermal zum Beispiel. Und dann fange ich halt an, aufzunehmen. Und wenn es gut läuft, dann bin ich so in einer Stunde, anderthalb mit Aufnehmen fertig, mache dann Deck-Tag, mache dann ein Outro. Es gibt halt manchmal auch Situationen, dass zum Beispiel ein Deck einfach gar nicht will. Und dann nehme ich eine Stunde, zwei auf und merke so, ich habe jetzt von 15 Spielen, die ich gemacht habe, habe ich jetzt halt einfach zwölf verloren, so, obwohl ich unbedingt will, dass dieses Deck funktioniert, weil die Idee dahinter so geil ist, aber es funktioniert halt einfach nicht. Das ist halt einfach, ich werde überrannt von Mono Rot oder sobald ich gegen Mono Schwarz verliere, die habe ich schon sofort verloren. Und dann hast du halt schon einfach mal 50 Prozent der Meter, gegen die du keine Chance hast. Dann kann es auch einfach sein, dass ich sage, okay, ich muss jetzt das Deck schrotten. Dann habe ich zwei Stunden Arbeit investiert für gar nichts halt so. Und das ist auch was, da muss man mit klarkommen irgendwie, auch wenn es verdammt schwer ist halt. Da muss man sich hinsetzen und sagen, okay, ich fange jetzt einfach komplett von vorne an. Die letzten zwei Stunden waren jetzt einfach halt Sunk Cost, nennt man das halt so. Dieses so, das ist wie man im Poker auch akzeptieren muss, ich habe jetzt halt einfach 50 Euro verloren, ich kann jetzt halt gehen, aber diese 50 Euro, die sind weg. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt diese 50 Euro zurückgewinnen. Das sollte man einfach nicht machen. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich fange dann jetzt einfach von vorne an. Das habe ich so oft in jeder Woche. Also ich glaube, ich würde sagen, dass ein Drittel der Decks, die ich baue, sieht kein Mensch so. Zumindest nicht im ersten Versuch. Vielleicht später mal nochmal. Und dann probiere ich das Deck vielleicht mal am anderen Tag und das funktioniert dann, weil ich vielleicht auch ein bisschen Glück hatte gegen die Decks, die ich gespielt habe. Aber ja, dann nehme ich das auf, Intro, Outro aufnehmen, bin da auch inzwischen relativ routiniert drin und dann setze ich mich sofort danach hin und schneide das Ganze. Ich gucke mir dann kurz die Enden von meinen Videos an, wo ich irgendwie den coolsten Wrestlerspruch gebracht habe und versuche das dann auch nochmal irgendwie am Anfang vom Video zu machen. Also ich habe früher auch Szenen aus den Matches selbst gehabt, aber da haben zu viele Leute geschrieben, ich fühle mich gespoilert. Und deswegen hole ich jetzt noch das Ende halt von irgendwo, wo ich irgendwas Lustiges halt sage, nehme das als Intro und dann habe ich halt einfach meine Routine, wie ich dann halt die Sachen schneide, mache mein Outro rein und dann, ja, händere ich das und dann lade ich es hoch auf YouTube, mache ein Thumbnail, Beschreibung und dann bin ich um halb sieben fertig. Best Case Arbeitszeit, sorry Dani, Best Case Arbeitszeit und Worst Case pro Tag? Ich wollte es gerade dasselbe fragen, was so die Arbeit ist. Also, naja, passt das. Die Twins wieder. Wieder mal hier die Twins, genau. Best Case, wirklich, wirklich Best Case. Also, ich will ja immer mindestens 45 Minuten Gameplay haben. So, mindestens. Ich hatte letztens einen Tag, da habe ich ein Control Deck gebaut. Ich habe drei Spiele gespielt. Es hat nur 50 Minuten, 55 Minuten gedauert, diese drei Spiele zu spielen. Ich habe jedes Spiel gewonnen und habe gedacht, okay, das war's. Ich habe mein Video für heute fertig. Ich war innerhalb von, mit Intro und Outro innerhalb von einer halben, anderthalben Stunde fertig mit Arbeiten. Also, da warst du wirklich ganz fertig. Also, du bist da mit Cutten, mit, mit ... Nee, nee, das war dann nur das Aufnehmen halt. Okay, also Aufnahme. Das Cutten dauert ungefähr so 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie sehr ich mich ablenken lasse in der Zwischenzeit. Also, circa zwei Stunden. Und dann das Thumbnail noch mal. Also, sagen wir mal, so, wenn jetzt es so läuft, wie an dem Tag, dann bin ich insgesamt mit allem drin und dran und auch ein bisschen dann auch noch, wie gesagt, faulenzen, weil ich halt merke, okay, ich habe jetzt auch viel Zeit gespart und so, zweieinhalb bis drei Stunden. Das ist so das Mindeste, wenn wirklich alles perfekt läuft. Aber das passiert ja auch super selten, richtig? Also, wenn ich das so rausfinde, das passiert zwei, dreimal im Monat. Zweimal im Monat, ja, wenn ich Glück habe halt so. Und der Worst Case? Und der Worst Case ist, dass ich kein Video hinbekomme. Das ist tatsächlich letztens passiert. Ich habe mich um zehn Uhr morgens hingesetzt und ich habe um sieben Uhr abends immer noch da gesessen und hatte kein Video. Also, ich war den ganzen Tag am Aufnehmen. Ich habe zwischendurch mal kurz was gegessen und so was. Aber das ist endlos. Das ist, wenn es nicht läuft, läuft es nicht so. Dann kann man auch nichts machen halt so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich habe jetzt heute einfach kein Video halt so. Das ist jetzt einmal passiert in den letzten drei Monaten, aber das passiert halt. Ich hatte auch schon einen Fall, dass ich um zehn Uhr angefangen habe und war um sechs Uhr fertig mit Aufnehmen. Ich habe gedacht, ja, okay, ich mache jetzt mein Intro und Outro noch und dann muss ich das hochladen eine Stunde zu spät. Und das ist wirklich was, also das frustriert mich am meisten, wenn ich diesen Termin, den ich mir selbst gesetzt habe. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn ich diesen Termin, den ich mir selbst gesetzt habe, nicht einhalten kann, das frustriert mich am allermeisten. Also wirklich, wenn ich da sitze und sage, ich schaffe es nicht, rechtzeitig das Video hochzuladen. Aber das passiert noch seltener, als dass ich halt innerhalb von zweieinhalb Stunden fertig bin. Aber dann kann halt acht, neun Stunden dauern, ja. Aber dann hast du ja auch, das machst du dann auch Samstag, Sonntag die Routine und dann hast du ja sieben Tage und dann lass es mal durchschnittlich irgendwie sechs Stunden sein. Dann ist es ja auch stundentechnisch schon eine echt ordentliche Arbeitswoche, die du da so auf dem Buckel hast. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also ich versuche es halt wirklich auch als Arbeit zu sehen und versuche auch immer irgendwie zu gucken, dass sich das lohnt. Aber ich sage mal so, im Schnitt würde ich sagen, arbeite ich fünf Stunden am Tag so im Schnitt. So einfach jetzt mal ganz fair und realistisch würde ich sagen, sind es fünf Stunden am Tag, aber das halt sind drei Tage die Woche. Also 30 Stunden Woche, um es mal hochzurechnen. Ja, 35 Stunden Woche. Eine Frage, weil sie gerade ganz gut thematisch passt. Ich kann rechnen. Die Frage inhaltlich nicht missverstehen. Jetzt mal grob. Ich meine, das ist eine sehr schwere Frage, aber trotzdem mal, dass wir vielleicht die Richtung andeuten. Würdest du sagen, das, was du jetzt aktuell machst und die Zeit, die du investierst, kommt von dem, was du dafür jetzt über YouTube verdienst, auch einem Job in ähnlichem Umfang gleich, was du da verdienst, wo du sagst, das ist quasi gleichwertig oder bist du davon im positiven oder im negativen Sinne doch ein gutes Stück weg? Um denn mal kurz, muss ich kurz ein bisschen ausschweifen. Ich hatte nie wirklich so einen acht Stunden am Tag Job gemacht in meinem Leben. Also ich habe früher in der Gastro gearbeitet, ziemlich viel, aber das war auch nie jeden Tag. Ich habe dann maximal dreimal die Woche gearbeitet halt so. Ich habe dann auch beim Rundfunk gearbeitet, irgendwie so als Student halt. Und das war halt auch nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich verdiene jetzt davon so viel, dass ich einfach meinen Urlaub fahren kann, so wie halt jetzt. Aber ich würde halt sagen, also dadurch war es auch immer so, ich war immer so ein von der Hand in den Mund Mensch. Es war mir egal, Geld war mir nichts, ist mir auch immer noch nichts irgendwie wert. Ich habe letztens mit meiner Freundin darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ich finde das super wack irgendwie, dass Leute sagen, ja, jemand ist mehr wert als jemand anderes, weil er mehr verdient und sowas. Oder der Job ist besser als der, weil man mit dem Job mehr Geld verdient. Alles, was ich sage, ist halt, was ist deine Zeit dir wert? Und das ist in Ordnung, kann man sagen. Man kann sagen, die Zeit ist mir wert, aber ich mache lieber einen Job, der mir super gut gefällt und verdiene damit gerade mal genug, um halt alles zu bezahlen, als irgendwie einen Job zu machen, der mir nicht gefällt. Aber dafür habe ich halt sauviel Geld. Deswegen hatte ich eh immer schon so ein Verhältnis zu Geld, wo ich gesagt habe, es ist nötig, aber es ist mir null wichtig. Ich habe mir nie was gegönnt. Natürlich bin ich mal essen gegangen und ich habe mir auch mal irgendwas Cooles gekauft, aber das war dann wirklich halt so ganz selten. Und jetzt ist es halt wirklich mit YouTube so, dass ich sage, ich habe das erste Mal das Gefühl, ich habe einen Job wie jeder andere auch halt so. Ich bin halt aber auch selbstständig und bis am Ende des Jahres weiß ich auch nicht, was ich an Steuern noch zahlen muss und sowas. Das heißt, alles Geld, was ich jetzt auch sehe, ist auch nur Brutto. Das heißt, ich muss meine komplette Krankenversicherung selbst bezahlen, Rentenversicherung, ich muss irgendwelche anderen Sachen, wo ich sage, ich will Geld zur Seite legen. Das muss ich alles erst mal bezahlen und dann zahle ich halt trotzdem noch Steuern drauf. Und ja, das ist halt, was das wird sich halt jetzt zeigen. Also ich mache es noch nicht lange genug und ich bin auch noch nicht auf dem Level lang genug, wie ich jetzt halt im letzten Jahr zum Beispiel war, um zu wissen, ist das jetzt wirklich so ein krass gut bezahlender Job halt wie jetzt irgendwas anderes. Aber ich sage mal so, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich verdiene halt so und ich kann davon meinen Teil der Miete bezahlen und das Essen und kann es mir noch leisten, mir alle zwei Monate mal ein Commander Deck zu bauen und halt auch mal einmal im Jahr irgendwie zu den Urlaub zu fahren oder sowas. Das reicht ja. Deswegen, also ich bin da, ja, aber ich will nur sagen, also das ist aber, wenn ich zurückblicke, denke ich halt auch so, krass, wie das gekommen ist. Dass ich halt wirklich vor zwei Jahren da gesessen habe und gedacht habe, ich habe einfach nur Bock drauf und jetzt sage ich halt, das ist mein Job, ich stehe jetzt morgens auf und gehe arbeiten so. Ich gehe zwar nur ins andere Zimmer so, aber ich gehe halt arbeiten und ja, finde ich halt irgendwie cool so. Das ist halt, ich mag das, ich habe noch nie einen Job so lange gemacht, jeden Tag wie das halt. Selbst in der Gastro, ich habe das zwar acht Jahre gemacht, aber ich habe halt teilweise nur zwei, dreimal die Woche gearbeitet halt so und den Rest hatte ich dann halt Zeit für, egal was ich will. Aber jetzt mache ich halt seit zweieinhalb Jahren nichts anderes als jeden Tag halt das. und ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich sage, es fuckt mich voll ab. Wichtig, das ist sehr wichtig. Gerade bei der Routine, die du hast und der Häufigkeit, weil ich persönlich kann nur für mich sprechen, ich hätte glaube ich nach kürzester Zeit totale Sorge bei der Intensität, aber ich glaube, das ist auch eine Typsache, kann ich überhaupt den Leuten noch permanent guten Content liefern, aber das liegt an mir persönlich. Also ich bin natürlich auch nicht der Kreativste. Ich meine ja, ich kann mir schon auch ein paar Decks irgendwie vorstellen und vielleicht würde ich mich auch genug reinfuchsen, dass ich so eine Meta immer gut lesen kann und mir dann selber gute Ideen für neue Decks überlegen kann und breuen kann, aber das ist ja auch immer so eine Typsache. Der eine ist im Breuen gut, der andere pilotiert halt einfach nur die Top-Meter-Decks und kann es dann irgendwie auf Anhieb, ohne dass er der große Star ist. All das, aber das könnte ich zum Beispiel nicht und deswegen bewundernswert, wie du da wirklich jeden Tag durchziehst und dann, man muss ja fairerweise sagen, irgendwo, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber irgendwo musst du ja trotzdem auch tagtäglich mit so einem gewissen subtilen Druck ja auch irgendwo fertig werden, zu sagen, naja, ich will ja bis heute Abend geliefert haben. Also das ist ja doch auch irgendwo da. Also das kann man ja auch nicht ganz schön reden und kann man ja auch nicht ganz ignorieren. Also irgendwo ist das ja präsent und das muss man ja auch irgendwo erst mal handeln können. Also, weiß nicht, ob du es anders siehst. Absolut so. Ich habe noch nie was in meinem Leben so durchgezogen wie das. Also ich habe zwar Instrumente gespielt, aber selbst da habe ich mir ein paar Tage Zeit gelassen, um zu üben. Ich habe noch nie halt einfach so Bock gehabt, was so durchzuziehen wie den Kanal. Also das ist, irgendwann ist wirklich dieser Funke in mir aufgegangen und ich habe gedacht, das ist jetzt das Ding. Das mache ich jetzt einfach so und das funktioniert halt auch in mir drin. Also in unserer Szene oder in unserem Bereich ist es ja voll nachvollziehbar beziehungsweise sagt jeder megageil. Aber jetzt stelle ich mir ein Gespräch bei den Schwiegereltern vor oder ich stelle mir ein Gespräch vor, du erzählst jemandem anderen, was du so beruflich machst und dann sagst du, ja, ich streamer Magic oder ich bin Content Creator, ich bin YouTuber wobei YouTuber glaube ich mittlerweile in unserer Gesellschaft eigentlich ganz gut anerkannt oder wieder ganz gut funktioniert. Aber wie reagiert so dein Umfeld, deine Familie drauf, dass du das jetzt vollberuflich machst? Ist da Verständnis da? Also meine Mama ist stolz auf mich. Das ist cool. Bei meiner Kernfamilie, wo ich groß geworden bin, ist es sehr akzeptiert, also wirklich sehr akzeptiert. Mein großer Bruder zum Beispiel ist Tattoo-Künstler, der ist auch selbstständig und der weiß halt einfach, dass es ein Hustle ist, in Selbstständigkeit irgendwas zu machen. Mein kleiner Bruder macht wie gesagt Rap, der spielt auch teilweise, der hat jetzt in Chile gespielt und war in Italien und hat dort Konzert auf Deutsch halt. Trotzdem kommen die Leute und gucken sich's halt an so. Und das find ich halt schon krass und irgendwie ist das halt meine Art, halt Kunst auszudrücken. Und ich sag mal, vor zwei Jahren, als ich meiner Mutter das erzählt habe, war es halt so, ja, okay, mach halt. Und jetzt ist es inzwischen halt so, ey, du Mom, hier hast du zu Weihnachten eine Smartwatch. War jetzt halt natürlich auch was Teures, aber es war halt trotzdem so, das hab ich jetzt halt praktisch von YouTube mir leisten können, meiner Mutter einen Cadillac zu besorgen. Weißt du, ich meine, das war jetzt nicht das teuerste Geschenk aller Zeiten, aber vor zwei Jahren hätte ich mir das niemals im Leben leisten können, halt zu sagen, okay, ich schenke meiner Mutter jetzt mal wirklich was Cooles. Ich hab dafür niemand anderem was geschenkt. Ich geb's auch ehrlich so, ich hab sonst niemand anderem was geschenkt. Aber es war halt trotzdem so. Und ich sag mal so, es war auch innerhalb von meinem eigenen Haushalt am Anfang kritisch beäugt halt so. Dass es wirklich war, ja, aber du hast keine Sicherheit. Und das ist auch immer noch so. Ich hab keinerlei Sicherheit so. Es kann einfach sein, dass morgen, weil ich auf den Stock und kann nicht mehr sprechen, was mach ich denn dann so? Weißt du, dass es mir fliegt ein Frisbee gegen den Kehlkopf und ich kann einfach nicht mehr reden. Was mach ich denn dann so? Dann ist halt irgendwie das YouTube-Ding halt weg so. Aber so denk ich halt einfach irgendwie nicht. Weil ich halt mein Leben lang nie irgendwie auf viel Sicherheit gegangen bin, sondern irgendwie so ein ... Ich war einfach, ich bin einfach reingerannt so in die Situation und geguckt, was passiert. Und das ist auch was ... Ich will niemanden überzeugen, dass das gut ist, was ich mache. Ich sag denen trotzdem so, ja, Dude, das ist inzwischen halt, ich kann davon leben und besser als je zuvor halt, als ich in der Gastro gearbeitet hab oder sonst irgendwo oder beim Rundfunk. Deswegen bin ich zufrieden. Und ich sag das, was mein Opa immer gesagt hat, mir geht's nicht gut, ich bin zufrieden und zufrieden ist besser als gut so. Und das ist halt irgendwie mein Denken. Und andere Leute halt, vor allem in unserer Generation halt auch und jünger und minimal älter, wie du schon gesagt hast, die akzeptieren sowas halt auch schon eher so. Aber ja, die anderen sagen halt, ja, ist halt ein Job wie jeder andere so. Ah, okay, krass, wusste ich nicht. Aber okay, wenn du davon leben kannst, ist es in Ordnung. Ich glaub sogar, im Gegenteil, für viele ist es, weil ja mittlerweile auch, ich sag jetzt mal sowas wie Twitch und YouTube und Streaming doch auch deutlich mehr in der Mitte angekommen ist, halt gerade auch über die junge Generation, die das ja auch nach oben spült, die ja tagtäglich davor hängen und plötzlich den Eltern klar machen, dass es da so, keine Ahnung, Mr. Beast und Montana Black und alle da draußen gibt, ist es ja sowieso eher schon an die Oberfläche hochgeschwappt. Könnt's ja im Umkehrschluss sogar eher dazu führen, dass die Leute sogar eher irritiert sind, wie schwierig es zum Beispiel in der Magic-Szene ist im Vergleich zu den anderen. Also da, wenn du vielleicht heute sagst, ah, YouTuber, der denkt ja gefühlt jeder gleich, ah ja, der kommt gleich mit seinem Lamborghini um die Ecke und ist ja der nächste Montana Black, was ja nicht so ist, wir wissen's ja leider, das könnte ja auch im Umkehrschluss eigentlich so ein bisschen der Trugschluss sein, den man da sogar eher aufklären müsste. Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist auch das, was ich eben meinte so. Es gibt halt Nischen wie zum Beispiel Magic oder Yu-Gi-Oh! ist ja auch jetzt nicht gerade irgendwie der meistgeguckteste Content so auf YouTube. Und deswegen ist halt das, was ich eben meinte, wenn man YouTuber werden will, muss man halt mit diesem Mindset, ich will mit einem Lamborghini irgendwann fahren, muss man halt ganz anders arbeiten halt so. Und das ist, denke ich, halt ja, es ist halt wie gesagt wie in der Musik. Es gibt Leute, die schaffen es und es gibt Leute, die schaffen es nicht. Ich meine, wie viele Stars gibt's, die keine Millionäre sind, aber trotzdem halt weltbekannt sind so, aber die können trotzdem gut von leben und ihre Kinder zu den guten Unis schicken und was weiß ich was halt so. Und das ist irgendwo der Punkt halt. Und ich denke, gerade in Magic ist halt einfach schwierig, weil das ist das, was ich eben meinte, es gibt so viele Formate, dann gibt's Leute, die gucken nur Legacy, es gibt Leute, die gucken nur Modern, es gibt Leute, die gucken nur Commander-Content und es gibt Leute, die gucken nur Standard. Wenn ich Explorer zum Beispiel einmal im Monat mache, weil ich gerade Bock habe, im Explorer-Deck zu spielen, dann habe ich halt einfach nur die Hälfte der Views. Das muss ich auch mitleben, sodass das nicht das ist, wofür die Leute einschalten. Und ja, deswegen, also ich denke, irgendwie gesagt, man muss da, das Mindset sollte halt einfach sein, dass man sein Bestes gibt, aber nicht davon ausgeht, dass man dafür belohnt wird. Wenn man dann belohnt wird, dann fühlt es sich umso süßer halt einfach ab. Das stimmt, da schmeckt es dann doppelt gut. Das kann ich absolut nachvollziehen, was du meinst. Ja, das ist bei uns auch so. Wir sind auch nicht mit dem Anspruch reingegangen, zu sagen, wir wollen ein großer Podcast werden, aber wenn wir dann sehen, wie er auch gewachsen ist und dass Leute die gleiche Passion teilen, ist das einfach wunderschön. Ist so. Jetzt haben wir das Thema eigentlich, wir wollten auch eigentlich über englischsprachigen Content sprechen, über die Szene so beleuchten. Ich glaube, das ist ein Bereich, den wir wahrscheinlich jetzt in der Form irgendwie ein bisschen skippen können. Kann ich auch gar nicht so viel drüber zu erzählen. Ja, sehr gut. Aber vielleicht ist es noch etwas, was wir dann uns noch auf eine weitere Folge mal aufsparen, etc. Was mich trotzdem interessieren würde noch in dem Bereich, gibt es für dich irgendwelche Vorbilder oder Content Creator, wo du sagen würdest, das sind Leute, da würde ich, da würde ich wirklich, habe ich sehr viel, fällt mir nur das englische Wort, appreciate ein. Wertschätzung, ja. Wertschätzung. Wie gesagt, Wertschätzung gegenüber, wie sie ein Content produzieren, da möchte ich hin. Das sind meine Idole, meine Inspirationen. Auf jeden Fall, also wenn man auf meinen Kanal geht, auf YouTube, auch hier kurzer Shameless Plug, einfach mal reinzugucken. Ich habe so einen Kanal-Trailer, in dem ich so ein bisschen meine Kanäle, die ich früher geguckt habe, halt so verarsche es schon zu krass halt so. Ich habe mich irgendwie dann als CGP verkleidet und dann habe ich irgendwie hier Magic Historian und The Professor und so halt alle irgendwie. Rudy habe ich noch reingeworfen. Ich habe eine Zeit lang echt alles an Magic Content irgendwie so mir reingezogen. Und es gibt halt wirklich Leute, auch außerhalb der Szene, die ich einfach wirklich krass bewundere so, weil ich halt inzwischen auch weiß, was es an Arbeit bedeutet. Also, um nochmal auf Pokémon zurückzukommen, da gibt es einen Dude, J-Rose, der hat einfach einen Monat lang jeden Tag ein Video rausgebracht. Das bedeutet, der hat einfach Videos gehabt, wo er jeden Tag einmal Pokémon durchgespielt hat mit irgendeinem anderen Pokémon oder irgendeinem anderen Stick, irgendwas, irgendeinem anderen, ja, wie soll ich sagen, irgendeinem anderen Aufhänger halt. Zum Beispiel, ich mache das jetzt alles nur mit dem Pokémon oder ich benutze nur den Typen von Pokémon oder ich mache das alles ohne Schaden. und ich mache das alles. Und dazu als gescripteter Content. Also, das heißt, er hat nicht einfach nur sein Gameplay gezeigt, sechs Stunden lang. Und das ist ein Dreiviertelstunden-Video, das geschnitten ist, wo er drüber spricht, wo er Sachen erklärt, wo er reagiert und so weiter. Aber das ist halt alles gescriptet. Das heißt, der hat sich einen Monat lang hingesetzt, bestimmt locker zehn Stunden am Tag gearbeitet. Und wenn man dann mal überlegt, krass, das ist halt was, das würde ich vielleicht auch machen, aber das passt zum Beispiel zu Magic nicht so. Aber ich bewundere es halt trotzdem extrem. Und dann werden wir mal Leute holen wie Spicy A-Drag. Ich meine, der bringt jetzt einmal im Monat ein Video raus oder alle zwei Monate. Aber die Videos sind halt so gut geschrieben und so gut gemacht. Das kann man einfach nur bewundern halt so. Und das finde ich halt schon richtig, richtig krass. Es gibt auch Leute, da frage ich mich, warum gucken die Leute da überhaupt rein und verstehe es halt gar nicht. Die bewundere ich. Da habe ich dann halt einfach gar keine Bewunderung für. Ich will jetzt hier niemanden irgendwie schlecht reden. So nackt in Hose zum Beispiel. Ja, genau halt. Voll die Lachos. Ne, Quatsch. Wenn man einfach mal guckt, zum Beispiel Desolator Magic. Den habe ich mir früher auch reingezogen, so ein bisschen, weil er halt irgendwie so meine Quelle für News war halt so. Weil ich halt einfach zu faul war, selbst die Artikel zu lesen. Und da habe ich mir das ein bisschen reingezogen. Aber das war dann zum Beispiel jemand, ich fand das cool, was er gemacht hat. Aber ihn als Mensch fand ich auf Dauer halt einfach dann richtig ätzend so. Dann hatte ich so eine Appreciation für sein Content. Aber wenn halt alles auf einmal Politik ist und es ging noch nicht mal darum, dass ich mit der Politik irgendwie nicht einverstanden bin, aber alles war dann halt irgendwie nur von der Warte irgendwie beleuchtet. Und ich weiß halt nicht, was Trump mit Magic zu tun hat halt so. Das ist halt für mich so, warum muss man über dieses Thema reden? Ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei jetzt einfach mal völlig in den Raum gestellt. Jeder, der desolator Magic erkennt, weiß, wie er darüber geredet hat. Aber es ist halt für mich so, okay, was hat das jetzt, was hat jetzt Transfeindlichkeit mit Magic-Content zu tun? Weißt du, was sind jetzt halt so Sachen, warum muss das da rein? Und dann, das ist halt das, was ich halt dann im Gegenteil gar nicht mehr appreciate. Den habe ich früher jeden Tag geguckt und dann sagt er, ja, mein Kanal ist am sterben, keiner guckt mir meine Videos. Aber er fragt sich halt nicht, warum so. Und das ist halt, wenn man dann halt, ja, jemanden sieht halt wie CGB, der wirklich jeden Tag grindet und jeden Tag gute Decks baut, dann ist das was ganz anderes halt einfach, weil er halt nicht einmal gesagt hat, wen er wählt und warum. Das muss man halt auch einfach trennen voneinander so. Und das, ja, denke ich, also es gibt auf jeden Fall Vorbilder wie zum Beispiel CGB und Mono Black Magic. CGB habe ich zum Glück ja auch mal getroffen, war noch zusammen frühstücken in Vegas und er hat auch mit mir geredet wie mit einem normalen Menschen und ich hatte nicht das Gefühl, wow, der ist voll abgehoben. Im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass er eher noch minimal introvertiert in dem Moment war und halt nicht in seiner Rolle halt so. Und das ist halt auch so das Ding, die Leute dürfen nie vergessen, dass YouTuber oft noch eine Rolle spielen, halt selten 100 Prozent, als sie selbst halt sind. Wenn sie dann halt blöde Kommentare lassen, dass man so viel rumschreit oder so. Also du auch so auf dem Jahresendevent bist du nicht rumschreiend durch die Gegend gelaufen und hast einfach nur Leute angebrüllt. Kann ich nicht bestätigen. Die ganze Zeit. Ich habe jeden geschlagen und in die Ecke gewohnt. Nee, Quatsch, gar nicht so. Also das ist für mich dann, da bin ich dann halt privat dort so. Und ich denke halt auch einfach, dass, ja, wenn jetzt schon jemand im Raum wäre und ich nicht alleine im Raum wäre, sondern es wäre jetzt irgendjemand da und würde mir zugucken, wie ich Content mache, dann könnte ich, glaube ich, auch gar nicht so aus mir rausgehen. Also ich glaube wirklich, dass ich alleine im Zimmer sitzen. Hilft. Obwohl ich auf der Bühne ganz anders bin. Also auf der Bühne bin ich ganz anders, wenn ich ein Konzert spiele. Ja, aber das ist eine andere Audience. Ich glaube, das ist einfach eine andere Audience. Wenn du wüsstest, dass die, ich sage jetzt mal Magic Audience, wenn du, keine Ahnung, bei so einem Tournament vorne oder moderieren würdest oder irgendeine Show leiten würdest, auch so, ich sage jetzt mal, reagieren würde, ich glaube, dann würdest du genau die gleiche Show abziehen. Ich glaube, da wärst du auch in deiner Blüte unterwegs. Ich glaube einfach, wir wissen, glaube ich, alle, und es ist auch gar kein Vorwurf, das ist halt einfach die Magic Community, die ist halt in der Hinsicht einfach, ist ein bisschen anders. Wenn das irgendwann mal noch mehr Popkultur wird und man hat dann irgendwie seine großen Conventions oder Leute vorne, wie bei, keine Ahnung, bei so einem Diablo 3 Release oder Diablo 4 Release vorne völlig ausflippen und kreischen und das Ganze wirklich Mainstream ist, ja, dann kann man sowas ja auch abziehen und dann, dann haben wir MTG Malone. Und jetzt, wo du es sagst, in Vegas gab's eine Live-Game Nights, wo, ihr kennt ja Game Nights, die Commander-Show, klar, jeder kennt, die der Commander spielt und YouTube hat. Die haben eine Live-Show gemacht und die Leute waren richtig laut halt, so, die waren richtig am rumschreien. Und die haben auch mit der Menge gespielt, die haben gesagt, soll ich jetzt das machen? Und alle waren so, oh yeah, mach das auf jeden Fall. Ich hab richtig gedacht, was geht denn da hinten ab? Ey, da ist Game Nights live. Mich hat's halt nicht so interessiert, ne? Ich guck nicht so gern Leuten beim Commander-Spielen zu inzwischen. Ich spiel lieber selbst. Also, früher war das was anderes, da hab ich das extrem viel geguckt. Inzwischen ist es so, ja, okay, ist halt, ich spiel lieber selbst halt. Das ist wirklich so die Sache. Ich konsumier halt kaum noch andere Magic-Sachen, außer halt selbst zu spielen. Aber ich guck kaum noch andere Kanäle, vielleicht zweimal die Woche, dreimal die Woche, so. Das geht schon, aber das ist auch ein großer Traum von mir, irgendwie irgendwann mal Turniere zu moderieren und so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab ja einmal mit Solaris die Ehre gehabt, irgendwie das New Capanna Championship war's, glaub ich. Er macht ja immer den Co-Stream dafür, den offiziellen. Und dann hat er, freitags ging's irgendwie los. Dann hab ich gesagt, dude, warum machst du das komplett alleine? Er hat gesagt, na ja, gut, lass mal später labern. Und dann hab ich mich halt dann für am Sonntag, als dann das Finale war, und der Merkel hat ja dann auch gewonnen, der Deutsche, das war dann richtig so, ja, das haben wir dann zusammen gemacht. Und zwar halt, es hat mir so viel Spaß gemacht halt einfach so. Und das ist auch so, sag ich ganz ehrlich, so ein kleiner Traum von mir halt irgendwie, Magic-Moderator von Turnieren zu sein, so. Da auch meinen Spin reinzubringen und da halt wirklich auch halt genau so das zu machen, wie ich halt Content mache, so halt laut sein, rumschreien und die Leute halt genauso begeistern zu können, wie ich in dem Moment begeistert bin, dass das Top-Dick des Todes kam oder so. Jetzt hast du die Überleitung zu meinem Beginn der Outro quasi angetriggert. Hast du vielleicht schon eine Teilantwort gegeben, aber jetzt kommt die, glaube ich, in meinen Augen fast schon wichtigste Frage. Wo geht's für MTG Malone hin? Einerseits dessen, was du dir vielleicht wirklich konkret vorgenommen hast, also wo du wirklich sagst, da grinde ich drauf hin, das möchte ich erreichen, oder aber auch vielleicht mal ein bisschen fiktiv in die Zukunft. Wobei, das hast du ja gerade schon ein bisschen partiell getan. Also du hast dir gerade schon so ein bisschen durchblitzen lassen, da hättest du richtig Bock drauf. Gibt's da noch was, was vielleicht noch fehlt? Also wenn du mal in die zwei Richtungen antworten könntest, wäre ich mal sehr, sehr neugierig, was da jetzt kommt. Ich habe tatsächlich einen Traum, den ich auf jeden Fall erreichen will, ist auch, wenn ich internationalen Content mache, sehe ich mich ja trotzdem als deutscher Content Creator. ich will auf jeden Fall Deutschlands größter Magic Content Creator sein. Das ist mein Traum halt so. Ich will, dass jeder weiß auch, dass ich aus Deutschland komme. Also ich habe jetzt kein Nationalstaat, oder sag, sag, ja, Deutschland über alles oder sowas. Und es geht mir auch nur darum, die Leute sind immer überrascht, wenn sie hören, dass ich Deutscher bin. Und ich meine, ich mache ja auch bewusst kein Content auf Deutsch, was ja auch dann noch mal hoffentlich zeigt, dass es mir nicht um gewisse irgendwelche Ästhetiken geht, dann halt so in meinem Content. Das ist halt einfach, trotzdem Deutschlands größter Content Creator zu sein und vielleicht irgendwann Europas größter Content Creator, das ist halt irgendwie so mein Traum, der wird halt, was Magic angeht. Natürlich, wie du eben schon, es gibt immer Leute wie Montana Black und sowas oder Churioka, die sind einfach viel, viel größer als ich. Und da werde ich halt, wenn ich jetzt nicht mehr die nächsten zehn Jahre halt wirklich mich hinsetze und grinde ohne Ende, werde ich das auch nicht erreichen können mehr. Aber halt einfach, dass die Leute sagen, krass, das ist Deutschlands größter Magic-Tuber, nennt man das so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber der größte Magic-Content Creator, sodass halt Conventions, die in Europa sind, mich anrufen und sagen, wir würden gern, dass du kommst. Das ist sowas wie das JK-Jahres-End-Event, dass ich dort halt einfach Stammgast bin halt. Das ist so ein Traum von mir. Das ist aber nichts, wo ich sage, ja, das passiert auf jeden Fall, da komme ich auf jeden Fall hin. So, das ist auch, wie du schon sagst, das ist ein Traum halt. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das schaffe ich auf jeden Fall und nächste Woche guck mir, look at me ma, so, weißt du, wenn ich nächstes Jahr zurückkomme nach Hause, dann bin ich der Größte oder sowas. Aber das, ich glaube, dass ich das auch erreichen kann, wenn ich so weitermache wie jetzt, dass ich irgendwann Magic-Shibi überhole und vielleicht dann einfach sagen kann, ja, wenn es um deutschen Magic-Youtuber geht, auch wenn es auf Englisch ist, das ist halt so der Größte. Und natürlich auch, ja, halt wie gesagt, in der Szene vielleicht auch ein bisschen bekannter zu werden international, würde mich natürlich auch freuen, auch mal zu Sachen eingeladen zu werden, wie jetzt hier, das ist für mich super geil halt so. Das ist, denke ich mir, krass, warum wollen die Jungs mit mir darüber reden? Wer bin ich denn so? Aber das ist halt, das ist halt irgendwie mein Denken. Ich sehe mich immer noch genau als der gleiche Typ wie vor zwei Jahren, wo ich mir sage, krass, warum will überhaupt jemand das konsumieren, was ich produziere so halt? Das ist, das ist für mich immer noch halt irgendwie verrückt und ich hoffe, dass ich mir das auch immer beiwahren werde und niemals sagen werde, ja, ich bin jetzt der Beste, so können mich alle irgendwie. Und halt, wie gesagt, in der Szene halt irgendwie größer werden, dass wenn ich dann halt auch mal was moderiere, dass wenn ich zum Beispiel mal sage, ja, ich mache jetzt mit Solaris noch mal irgendwas, dass die Leute dann sagen, oh, wie geil, Malone macht jetzt den Kommentator, das finde ich super, super cool, deswegen schalte ich da jetzt rein zum Beispiel. Das ist halt irgendwie so ein kleiner Rockstar-Traum, den ich so halt habe. Und da würde ich halt auch gern hin und da versuche ich auch hinzuarbeiten, dass ich da vielleicht auch mal zu mehr Sachen eingeladen werde und so weiter halt und wer weiß, was die Zukunft halt so bringt, aber das wäre halt schon, finde ich schon richtig cool halt so. Weil ich denke, dass mein Englisch halt auch gut genug ist, halt auch, um das international halt auch zu machen. Wenn es mal ein internationales Turnier gibt oder sowas, wer weiß, vielleicht die nächsten Mythic Championships auf Arena mit Malone, so kann halt sein. Wir halten fest, Malone möchte der mindestens mal deutsche Magic-Rockstar werden und quasi die Groupies um sich rum versammelt. Aber ist ja, also man braucht ja auch Ziele und warum nicht? Also du hast es ja auch in einer Form, wie ich finde, artikuliert, wo es jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, dass du dich als etwas Besseres siehst, gar nicht, sondern du hast halt einen Anspruch, den möchtest du halt irgendwie schaffen, wenn es dir möglich ist. Du hast einen Weg, der das ganz gut schon andeutet und du hast ja keine Missachtung oder keine wenigere Wertschätzung den anderen Kollegen gegenüber, sondern du sagst halt, hey, ich möchte halt hin, ich tue halt das, was ich für richtig halte, um da hinzukommen, was nicht bedeutet, dass du eine Ellenbogenmentalität auslebst oder, ich sage jetzt mal eklig bist, aber du tust das halt, indem du halt deinem Traum folgst und das ist ja auch löblich, also warum denn nicht, wenn jemand dafür entsprechend brennt und alles in die Waagschale wirft, dann darf er solche Ziele ja auch haben, solange er eben so wie du es ja auf eine sehr faire und respektvolle Art tust und dann ist das doch, glaube ich, auch irgendwo auch Ansporn, vielleicht wiederum für andere in der positiven Form, ich sage jetzt mal, liebevoll zurückzuschlagen, weil am Ende, fairerweise profitieren wir alle untereinander so ein bisschen davon, das wissen wir ja auch und das ist ja das, was ja auch die Content-Grader-Szene in Deutschland finde ich auch irgendwie so besonders macht, dass man sich da gegenseitig auch wirklich nur gönnt in jeglicher Form. Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich halt auch super, also das ist mir auch in Frankfurt aufgefallen, wie einfach dieses Gönnen auf jeden Fall und das ist, man hat nie das Gefühl, ja das sind mir ein Rivale. Und selbst wenn es eine kleine Rivalität gibt, ist die immer freundlich. Die ist nie, ich hasse den, ich hasse meinen Rivalen, ich will den wegfetzen, sondern es ist immer so, lass uns mal gegenseitig pushen. Ja, messen. Das finde ich halt auch schon cool. Absolut. Cool. Jetzt geht es quasi an die abschließenden Worte und da gebührt es natürlich auch immer dem Gast, dass er einfach nochmal all das vom Stapel lässt, was er sich jetzt noch irgendwie aus den Fingern saugen kann, was er im Kopf hat. Deswegen, egal was du noch findest an Worten, Malone, lass hören. Also ich möchte mich erstmal für eure Einladung bedanken, das hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich habe leider selten die Gelegenheit, auch über das Thema zu reden. Wie ihr gemerkt habt, kam dann direkt auch natürlich, sprudelt ist es aus mir raus, alles aufgestaut so von den letzten Monaten. Nee, aber es ist auch, ich denke, was ich noch einmal sagen will, ist halt einfach, dass jeder, der Content machen will, sollte das auf jeden Fall tun, aber erstmal für sich selbst. Also das sollte erstmal eine Passion sein und ich denke, dass das, was halt mich jobmäßig, weil ich jetzt einfach das als meinen Job auch sehr am Leben erhält, ist, dass ich es halt einfach super gerne mache und dass es wirklich auch meine Passion ist und dass ich halt gar nichts anderes machen will. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder auch mal zwei hintereinander, dann kommt danach aber irgendein Tag, wo ich sage, Gott sei Dank mache ich das und nichts anderes. Es kam nie, dass ich länger als eine Stunde gedacht habe, ich schmeiß alles hin. Das ist was, da bin ich super dankbar für und ich bin super dankbar für die Community, die ich um mich herum gebaut habe und dass ich wirklich halt Leute habe in meinem Discord, die jeden Tag da sind, die einfach sich gegenseitig einfach pushen. Ich habe super coole Mods, die einfach wollen gar nichts dafür. Die wollen einfach nur mir helfen, die Community noch irgendwie Wasser an den Start zu bringen und halt, dass jeder cool miteinander ist und dafür bin ich halt super dankbar und das, dass ich wirklich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl auch hatte, dass sich die Arbeit, die ich irgendwo rein investiert habe, halt so krass lohnt, ist halt das erste Mal und deswegen bin ich halt auch so mit voller Energie halt auch dabei und jede Musik, die ich gemacht habe, das habe ich immer geliebt, jede Band, die ich hatte, das habe ich immer geliebt und ich habe Band Contests gewonnen, ich habe auch Festivals gespielt und es war immer cool, aber ich würde niemals das hergeben, was ich im Moment habe, selbst wenn ich nicht davon leben könnte, wie jetzt gerade, würde ich es trotzdem nicht hergeben wollen und deswegen, bin ich einfach dankbar halt für das, was ich habe und das ist glaube ich auch was, das sollte man sich immer vor Augen halten, dass das Wichtigste ist, dass man am Ende dankbar sein kann für das, was man hat und was man geschafft hat, das bin ich auf jeden Fall. Da könnte ich mich jetzt ewig im Kreis drehen. We'll agree. Deswegen sage ich mal, Abschlussworte abgeschlossen. Alles klar. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich komme auch gern nochmal vorbei, und das freut uns zu hören. Daniel, was hast du zu sagen? Ja, also, vielen Dank, dass du uns die Ehre erwiesen hast, vorbeizukommen. Können wir gerne so zurückgeben. Selbstverständlich. Ich bin mir sicher, wir werden die ein oder anderen Anknüpfungspunkte in Zukunft noch haben, auf diversen Ebenen, das definitiv. Ich kann nur erstmal sagen, ich finde es so super interessant, dich da auch heute nochmal näher kennengelernt zu haben. Vor allem, ich kenne ja deine Videos, und auch da tatsächlich den Kontrast zu sehen, die Rolle, die da auch mit drin ist. Aber man merkt auch trotzdem, auch wenn du heute sehr ruhig gesprochen hast, welche Leidenschaft in dir schlummert, beziehungsweise die deutlich zu erkennen ist, und die dann einfach in diesen Videos immer rausbricht. Quasi, das ist so, man merkt richtig, dass das so dein Ventil auch ist, wo einfach, das muss raus, irgendwie. Und, super sympathisch. Vielen Dank, auf jeden Fall für deine Zeit, und ich glaube auch, dass viele was mitgenommen haben, ein Gefühl dafür zu bekommen haben, was bedeutet das eigentlich, jeden Tag ein Video hochzuladen, Content zu kreieren, was bedeutet das an Aufwand, aber was bedeutet das auch emotional für einen selber, und da hast du einen sehr, sehr coolen Einblick gegeben. Also, vielen Dank für deine Zeit, und auch für die Passion, die du in meinen Augen sehr gut rübergebracht hast. Danke, Daniel. Das ist doch ehrlich. Dann mache ich im Endeffekt den Kreis voll, und jetzt kann man meine Worte eventuell ein bisschen missverstehen, aber ich hoffe, ich transportiere sie richtig. Ich feiere uns gerade, in dem Fall jetzt, ja, ich sage jetzt mal nackt und rosa, gerade wieder ein Stück weit dafür, für das, was wir tun. Warum? Ich erkläre es, weil ich einfach gerade wieder einen schönen, wirklich ein richtig cooles Gespräch hatte. Ich habe wieder eine Person, auf eine Art und Weise kennenlernen dürfen, durch das, wie wir es halt einfach angehen, wie ich sie wahrscheinlich sonst nie kennengelernt hätte. Ich meine, ja, wir haben in Frankfurt geredet, wir haben immer ein bisschen Austausch gehabt, aber klar, da sind erstens mehrere Leute, zweitens kommt man zum Magic-Spielen, also da trifft man sich jetzt nicht, du lass uns mal zwei Stunden in die Ecke setzen und mal Deep Talk machen. Und das haben wir jetzt gerade getan, und ich habe einen Malone kennengelernt, der mir grundsympathisch ist, der natürlich eine gewisse Rolle eingenommen hat. Und wir haben uns ein bisschen über die Discords kennengelernt, von dem Content-Creator, die wir hatten, wo ja auch ab und zu mal so unsere Runden mal stattgefunden haben. Dann hat man so deine Videos festgestellt, die es da so gab, und dachte sich so, okay, der hat ja auch eine spezielle Art, nicht schlimm, aber eigen. Und jetzt war es halt so dieses, man hat einen anderen Malone kennengelernt, grundbodenständig, eine wirklich durchdachte Art, einen Modus, der mir an sich so total gefällt. Das finde ich schön. Das hat mir gut gefallen. Ich hoffe sehr stark, dass es auch den Leuten, die jetzt Malone schon kannten, einfach nochmal ein neues Gesicht gezeigt hat vielleicht. Vielleicht konnten wir dann nochmal ein bisschen so hinter die Fassade gucken, wie es ja eigentlich auch unser Ziel ist. Leute, die Malone gar nicht kannten, haben ihn im besten Fall kennengelernt und finden es jetzt spannend, ihn vielleicht auch mal in seiner Rolle kennenzulernen, auf seinen Kanälen. Schaut euch das gerne an. Vielleicht gefällt euch das ja und entertaint euch ja so, wie ihr es sich wünscht und wie ihr euch versucht zu erreichen. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Freut mich umso mehr, wenn man sich das nächste Mal nochmal trifft, weil man jetzt einfach nochmal, glaube ich, eine andere Ebene auch erreicht hat. Und deswegen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du deine Zeit auch dazu verbracht hast, jetzt quasi in deinem Feierabend, die Zeit trotzdem nochmal, die Magic auf eine gewisse Art und Weise zu widmen und uns die Möglichkeit zu schenken, gemeinsam da draußen Leuten einen tollen Content zu präsentieren und nochmal eine andere Seite zu beleuchten. Deswegen herzlichen Dank, dass du Gast warst bei uns, lieber Malone. Wir wünschen dir alles Gute, auf jeden Fall bei deinem sehr ambitionierten, aber wirklich tollen Weg. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo er hinführt. Wir bleiben wie immer am Ball, beobachten das selbstverständlich, finden ja vielleicht nochmal irgendwie einen sehr spannenden Grund, da nochmal ein weiteres Gespräch zu führen zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht was irgendeine spezielle Situation gibt, die sich mal gegeben hat. Deswegen, wir beobachten das sehr, sehr aufmerksam. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das war Nackt und Rosa, Episode 80 mit MTG Malone. Einen tollen Einblick, warum man vielleicht auch englischsprachig Content machen kann, soll, was Passion bedeutet, was Zeit in sowas reinfließt, wie es Daniel schon gesagt hat. Wie man aber trotzdem irgendwie immer das Wichtigste im Auge behält und wie es aber trotzdem dazu führt, dass man die Content-Szene bereichert mit dem, was man tut. Und deswegen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Die Schweinchen sagen, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir sind zusammen raus und wünschen euch was. Bis dann zusammen. Servus. Ciao. Ciao.